Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend. Mein Name ist Stefan Meuser. Ich leite das Landesbüro Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung und heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Niedersachsen und die Energiewende wie weiter. Gerne hätten wir Sie heute physisch als Teilnehmende begrüßt, aber Sie ahnen es, wegen Corona war das nicht möglich. Und daher haben wir uns entschieden, die Möglichkeit zu nutzen, das Ganze als Aufzeichnung hier aus unseren Räumlichkeiten der Friedrich-Ebert-Stiftung Hannover zu senden. Unser Thema, die Energiewende war vor Corona, manch einer mag sich noch erinnern, an Fridays for Future und die Demos noch in aller Munde. Im Hinblick auf den Klimaschutz und die verpflichtenden EU-Klimaziele ist eine Zukunft ohne die Nutzung fossiler Brennstoffe sicher auch ohne Alternative. Der damit verbundene Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglicht im günstigsten Fall Innovationen und neue Technologien, unterbringt neue Wertschöpfungen vor Ort. Die Windenergie ist dabei eine vergleichsweise kostengünstige und etablierte Technologie und bildet damit das Kernstück der Energiewende im Stromsektor. Niedersachsen verfügt zur Erzeugung von Windstrom über sehr gute, natürliche Potenziale. Gleichzeitig ist aber auch der Ausbau der Windenergie in den letzten Jahren in Deutschland in Stocken geraten. Stichworte sind hier Abstandsregelungen, die Kritik örtlicher Bürgerinitiativen oftmals an der Errichtung der Windkraftanlagen oder auch zu wenig ausgewiesene Flächen. Aber die Energiewende umfasst eben nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch die Sektoren Verkehr, Industrie und den privaten Verbrauch. Und im günstigsten Fall soll natürlich eine intelligente Kopplung dieser verschiedenen Sektoren künftig für eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs sorgen, wozu auch dann die Entwicklung von moderner Speichertechnologie zählt. Vieles wird daher davon abhängen, welche politischen Weichenstellungen jetzt für die nächsten Jahrzehnte vorgenommen werden, gerade zu einem Zeitpunkt, wo Rettungspakete für die deutsche und europäische Wirtschaft das Geschehen bestimmen. Daher möchte ich nun unsere Gäste kurz vorstellen, die die Berliner Bühne mit Niedersachsen, wie wir finden, gut verbinden. Da ist zunächst Frau Professor Claudia Kempfert. Sie ist nämlich gebürtige Niedersächsin und seit 2004 Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie lehrt an der Berliner Hertie School of Governance Energieökonomie und Nachhaltigkeit und ist, wenn ich das sagen darf, einer breiteren Öffentlichkeit auch bekannt durch viele Auftritte in Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt, zum Beispiel als Gast von Talkshows, wo sie regelmäßig zu Umwelt- und energiepolitischen Fragen Stellung nimmt. Dann haben wir bei uns Dr. Matthias Miersch. Er ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Hannover Land II, so heißt das korrekt, glaube ich, das ist die Gegend südlich von Hannover. Er war von 2009 bis 2017 umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und seit Dezember 2017 ist er nun stellvertretender Vorsitzender der Fraktion für die Bereiche unter anderem Umwelt, Energie, Naturschutz und Landwirtschaft. Unser Panel ergänzt Johannes Grabbe. Er ist Politikwissenschaftler und arbeitet hier in Hannover beim Deutschen Gewerkschaftsbund als Abteilungsleiter für Wirtschafts-, Umwelt- und Europapolitik und zwar für den Bezirk, den DGB-Bezirk Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Und als Moderatorin wird uns durch den Abend führen Cosima Schmidt, Redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich mache jetzt im wahrsten Sinne des Wortes per Umbaumaßnahme den Weg frei für unser Panel und hoffe auf einen erkenntnisbringenden Abend und eine gute Diskussion. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. An dieser Stelle möchte ich übernehmen. Ich freue mich sehr, dass wir tatsächlich trotz der Lage, wie sie nun mal ist, hier in einer Runde zusammensitzen. Wir haben übrigens genau abgemessen, es sind immer anderthalb Meter Abstand zwischen uns. Es steht keine Gefahr, dass hier jetzt irgendetwas passiert, was über eine hitzige Diskussion hinausgeht. Ich freue mich, dass wir dieses Thema anpacken und ich freue mich auch, dass wir es gerade jetzt anpacken. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte das Gefühl, es gab eine Weile, wo das Thema Energiewende und Klimaschutz sehr viele Leute bewegt hat, gerade junge Leute auf die Straße gebracht hat. Dann kam Corona und es ist teilweise ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber andere sagen, wann, wenn nicht jetzt sollen wir die Energiewende anpacken? Es ändert sich gerade so viel in der Gesellschaft. Es werden Industriezweige, der stehen vor dem Ruin. Andere können vielleicht jetzt gerade groß werden. Es wird sehr viel Geld zum Fördern von verschiedenen Dingen ausgegeben. Und warum verbinden wir das nicht und nutzen diese einmalige Chance, dass wir jetzt wirklich auch die Energiewende so engagiert vorantreiben können wie möglich? Ob das dann auch wirklich geschieht, das wird auch ein Thema heute Abend sein. Ich möchte jetzt gar nicht lange reden, sondern ich freue mich, dass wir dieses Thema aus verschiedenen Facetten beleuchten können und möchte tatsächlich erst mal Professor Dr. Kemfert das Wort geben, aus Sicht der Wissenschaft. Was, wo stehen wir hier gerade mit den erneuerbaren Energien und was sind so die heißen Diskussionen, die uns jetzt momentan begleiten? Ja, ich würde sagen, die heißeste Diskussion, die uns im Moment begleitet, ist einmal, dass wir einen Kohleausstieg beschlossen haben in Deutschland. Endlich überfällig, teuer und kommt zu spät. Aber nichtsdestotrotz, endlich findet ein Kohleausstieg statt und endlich wird dies auch angepackt. Es ist leider so, dass die Empfehlungen der Kohlekommission eben nicht eins zu eins umgesetzt wurden. Es gab es viele Abstriche, darüber kann man diskutieren. Ich hätte mir gewünscht, man hätte auf die Inbetriebnahme von Datteln 4 eines neuen Kohlekraftwerks verzichtet, gerade vor dem Hintergrund, dass es auch ein falsches Signal ist. Wir wollen aus der Kohle aussteigen und nehmen ein neues Kraftwerk in Betrieb. Und zweitens, dass man den Ausstieg früher gemacht hätte, dass man auch Kohlekapazitäten früher vom Netz nimmt, um damit auch mehr Spielraum nach hinten zu haben. Aber sei es drum. Darüber können wir heute diskutieren. Das Thema, das Kapitel wird geschlossen. Es wird nicht befriedet, weil es wird noch mehr Diskussionen geben und auch die Jugend wird weiter demonstrieren. Aber dennoch kann man sagen, hier geht es nach vorne. Jetzt würde ich aber gerne sagen, wie ist es denn mit dem Einstieg? Weil jetzt geht die Energiewende aus meiner Sicht richtig los. Wir haben ja erst die ersten Meter geschafft. Die nächsten Kilometer sind noch vor uns. Der Anteil der erneuerbaren Energien muss deutlich, deutlich ausgebaut werden. Und jetzt im Rahmen der Corona-Krise ist es ja gelungen, auch ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen, was zumindest, also wenn man richtig rechnet, ungefähr 38 Prozent der Summe, die dort zur Verfügung gestellt wird, auch für grüne Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Auch das hätte man deutlich mehr oder mehr machen können. Aber wenn man mal so im internationalen Vergleich schaut, ist es gar nicht so schlecht. Weil der EU-Green-Deal, den wir jetzt diskutieren, der hat ungefähr 25 Prozent. Da wird immer noch Geld gegeben für fossile Infrastruktur. Aber grundsätzlich geht es mal so in kleinen Schritten in die richtige Richtung. Wir geben Geld auch für den Schienenverkehr, für den ÖPMV. Es sind enorme wirtschaftliche Chancen dahinter, wenn Klimaschutz auch klug umgesetzt wird und wenn wir eben auch eine sozial-ökologische Transformation umsetzen wollen mit all seinen Facetten. Also da würde ich mal sagen, stehen wir im Moment, es ist so ein Schlaglicht, Corona-Krise, aber Schritte in die richtige Richtung. Jetzt muss deutlich mehr passieren und vor allen Dingen ein deutlich schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie haben eine ganze Reihe von Stichworten schon genannt. Ich möchte eins herauspicken, Herr Miersch. Frau Kempfert sagte eben, wir haben endlich einen Kohleausstieg. Es gibt auch viele Leute, die sagen, warum eigentlich erst so spät? Ginge das nicht deutlich früher und wäre das nicht viel sinnvoller, schon viel früher auszusteigen? Also das ist ja eine spannende Frage und eine zentrale Frage und ich will am Anfang auch sagen, wir haben in der letzten Woche ja erlebt, ich hier ganz persönlich auch in Hannover, dass ganz aufgeheizt wieder diskutiert worden ist und sehr polarisierend. Als jemand, der sowohl in der Lausitz gewesen ist, im mittelrheinischen Revier, aber auch mit Fridays for Future, Umweltverbänden etc. diskutiert hat und beratendes Mitglied der Kohlekommission gewesen ist, sage ich, das, was wir da am Freitag entschieden haben, ist ein wirklicher Meilenstein, weil wir das erste Mal gesetzgeberisch festgelegt haben, einen Ausstiegspfad. Und ich widerspreche Claudia Kempfert ungerne, aber ich widerspreche ihr vehement. Denn der Pfad, der abgebildet ist, also wie viel Kohlekapazitäten stellen wir 22 bereits ab? Wie viel stellen wir 2030 ab? Und wie verhalten wir es mit den letzten Kraftwerken 20, 38 mit der Option auf 35? Genau diese Vorgaben haben die Mitglieder der Kohlekommission, was die Gigawattzahlen angeht, genauso vorgesehen. Aber letztlich stimmt auch, alles wäre wünschenswert. Ich sage aber, wenn Wissenschaftler heute sagen, naja, das ist viel zu langsam, guckt mal, was Frankreich macht, was Schweden macht, was Belgien macht, dann kann ich nur sagen, Leute, so einfach ist die Welt nicht. Denn diese Länder setzen weiter auf Atomkraft. Und Deutschland hat leider in den letzten Jahrzehnten, man kann dazu stehen, wie man will, aber es ist so, einen sehr hohen Kohleanteil. Das heißt, jetzt geht es los, der Rahmen ist da und nichts ist in Stein gemeißelt. Wir können meinetwegen auf 25 aussteigen, wenn die Themen Versorgungssicherheit etc. gewährleistet sind. So einfach wird es aber nicht sein. Und deswegen ist dieses Thema heute so wichtig, denn es geht jetzt um den Einstieg. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schaffen, dann können wir möglicherweise auch uns diesen Kurs, der jetzt gesetzgeberisch festgelegt ist, uns nicht leisten. Und deswegen, da muss es jetzt nach vorne gehen. Gesetzgeberisch haben wir, finde ich, als eines der wenigen hochindustrialisierten Länder sowohl den Ausstieg jetzt aus Atomkraft gesetzlich fixiert, wie auch aus Kohle. Können Sie nochmal? Da würde ich ganz gerne an einem Punkt wirklich widersprechen, weil es ist tatsächlich so, dass die Kohlekommission ja auch, und wir haben dazu auch Studien gemacht, andere auch, ja explizit auch nochmal deutlich gemacht hat, wenn der Braunkohleausstieg so spät kommt, dass wir tatsächlich dieses CO2-Budget oder auch das Klimabudget, was wir haben, nicht werden erreichen können. Weil da wäre es darum gegangen, dass man auch frühzeitiger, auch bei der Braunkohlekapazitäten runterfährt und eben nicht alles so spät nach hinten verschiebt. Und das ist ein Teil des Problems. Und der zweite ist eben auch, die Entschädigungszahlungen sind doch extrem üppig. Also insofern, ich verstehe das alles im politischen Prozess, muss man da viele Kompromisse machen. Aber das Klimabudget wird damit tatsächlich nicht erreicht. An diesem Punkt möchte ich anhaken. Herr Misch, ist es denn so, dass Sie jetzt aus voller Überzeugung sagen, ja, das ist jetzt wirklich was Gutes, was wir beschlossen haben? Oder ist es das, was man eben im Rahmen einer Koalition als Kompromiss finden kann für den Kohleausstieg? Das ist genau der zentrale Punkt. Ich finde es völlig legitim, wenn Fridays for Future sagt, das reicht uns nicht. Ich finde es auch völlig legitim, wenn Claudia Kempfert sagt, das reicht mir nicht. Aber ich muss aus der gegebenen Situation, die wir augenblicklich haben im Deutschen Bundestag und man kann sich daran erinnern, Jamaika ist an den ersten Jahren Kohleabschaltung bereits gescheitert. Vor diesem Hintergrund in einem riesen Abstimmungsprozess zwischen Umweltverbänden, Gewerkschaften, Industrie, die alle dort saßen und die im Übrigen, Frau Kempfert, gesagt haben, wir wollen im Bereich Braunkohle eine Verhandlungslösung. Das heißt, das, was die Bundesregierung gemacht hat, zu verhandeln, auch mit im Zweifel Entschädigungszahlungen. Das wollte die Kommission. Ob die Höhe gerechtfertigt ist, wird der Deutsche Bundestag im September nochmal sehr aufmerksam auch diskutieren. Aber die Braunkohle-Pfade, auch von den Gigawatt-Zahlen, die ich eben dargestellt habe, sind so dargelegt und man hat natürlich das geografische Problem, denn es ist nicht nur der Diskurs der gesellschaftlichen Gruppen, sondern wir haben ein Ost-West-Thema dort gehabt. Das heißt, die Bundesländer mussten alle im Boot sein und dass uns das gelungen ist, das glaube ich, ist ein richtiges und wichtiges Fundament. Wir werden diesen riesen Transformationsprozess niemals im Rahmen einer polarisierten Debatte schaffen. Das ist der sozialdemokratische Ansatz, glaube ich, dass es nur miteinander geht. Ich sage aber auch, Leute, es gibt überhaupt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, sondern wir müssen jetzt richtig loslegen. Wir müssen jetzt das erneuerbare Zeitalter völlig anders beginnen, als die letzten Jahre gelaufen sind. Deswegen bin ich froh, dass wir den Solardeckel aufgehoben haben bei der Windabstandsregel, obwohl es schon vereinbart war, es durchgesetzt haben. Das schreibe ich mir selbst auf die Fahnen, dass es eben keine bundesweite Abstandsregel gibt. Aber wir müssen jetzt und in Niedersachsen ist prädestiniert dafür, wirklich diesen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien schaffen. Niedersachsen ist das Stichwort. Herr Grabber, wie ist die Lage in Niedersachsen und was haben sich die Gewerkschaften für Gedanken gemacht, wie man hier die Energiewende vorantreiben könnte? Ja, also Niedersachsen, auch vor dem Hintergrund jetzt der Kohlediskussion, das ist ja eine spannende Diskussion, aber es ist ja eben auch schon gefallen. Die Diskussion wird dann für Niedersachsen richtig spannend, wenn wir über den Ausbau der erneuerbaren Energien sprechen, weil das ist sicherlich ein Feld, wo Niedersachsen auch eine ganz hohe Verantwortung hat. Niedersachsen hat verschiedenste Potenziale. Niedersachsen ist Flächenland. Flächen spielen eine immense Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Niedersachsen ist Küstenland. Das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man den Bereich Offshore anguckt, Offshore-Windenergie. Niedersachsen ist aber auch Agrarland, also hat auch Potenziale bei der Biomasse. Klar ist aber auch, diese Potenziale für die erneuerbaren Energien können in Niedersachsen nur gehoben werden, wenn dementsprechend auch politischer Rückenwind da ist und die Rahmenbedingungen stimmen. Und wenn wir gerade uns den Bereich Windenergie angucken, dann wissen wir, dass wir da enorme Probleme haben und auch gerade in den letzten Jahren hatten. Das ist übrigens auch für uns Gewerkschaften ein großes Problem. Wenn man sich anguckt, dass das eine florierende Industrie, wo es deutlich auch Beschäftigungsausbau gab, allein im Jahr 2017 25.000 Arbeitsplätze verloren hat, dann ist das ein beschäftigungspolitisches Problem. Und wenn wir gleichzeitig aus anderen Energieträgern aussteigen, aber dann dort, wo wir die neuen Industrien aufbauen wollen, diese gleichzeitig an die Wand fahren letztlich, dann ist das auch nicht vermittelbar. Da sind wir auch bei der ganzen Problematik der Akzeptanz. Also von daher gibt es da für Niedersachsen verschiedene Verantwortung, auch verschiedene Potenziale der erneuerbaren Energien. Aber, und da kommen wir bestimmt auch noch drauf, wir sind auch ein bedeutender Industriestandort. Also auch dort, wir haben auch Energiebedarfe. Und das in Einklang zu bringen, da gibt es viele Möglichkeiten und da spielt Niedersachsen eine große Rolle. Ich möchte mal ein bisschen sortieren, die verschiedenen Stichwörter, die jetzt schon gefallen sind. Wir sprachen eben über Windenergie, wir sprachen über den Energiebedarf der Wirtschaft, über die Lage in Niedersachsen. Bleiben wir kurz zumindest bei diesem Thema Windenergie. Man hat ja im Moment das Gefühl, es ist extrem schwer, irgendwo noch ein Windrad hinzustellen, obwohl eigentlich abstrakt jeder weiß, wir bräuchten viel mehr von den Dingern, gerade in Niedersachsen. Was hat man denn bisher gelernt, wie man das schafft, dass man doch nochmal die Windparks aufstellt? Vielleicht nicht unbedingt im Wald, war ja auch ein Vorschlag, der hier diskutiert wird in Niedersachsen. Was kann man denn da machen, dass da die Akzeptanz höher wird? Ja, also aus der Forschung wissen wir, dass die Akzeptanz dann steigt, wenn die Bürger beteiligt sind und wenn sie auch finanzielle Vorteile haben. Und gerade diese finanzielle Beteiligung ist ein Dreh- und Angelpunkt. Und das zeigt sich an Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, die solche Modelle gewählt haben, dass die Akzeptanz groß ist. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt Kritiker irgendwie aufkaufen will, darum geht es nicht, sondern man will wirklich Optionen anbieten, dass zum Beispiel auch eine Kommune, die jetzt Windanlagen ausbaut, auch Flächen dafür gibt, auch selber etwas davon hat, durch billigen Strom, durch direkte Beteiligung und auch die Möglichkeit, finanziell dasselbe ausgleichen zu können. Es gibt verschiedene Modelle, wie man solche finanziellen Beteiligungsmodelle ausbauen kann, aber das ist der ganz, ganz große Punkt. Und sicherlich ist es so, dass es viel Streit auch oft gibt. Es ist aber immer so, auch wenn eine Autobahn gebaut wird oder irgendwo, gibt es viele Einsprüche. Es wird sehr stark stilisiert bei der Windenergie. Wenn man sich mal anschaut, die Umfragewerte, ist es so, dass über 80 Prozent der Menschen, auch in Regionen, die viel Windenergie haben, für einen Ausbau sind. Aber diejenigen, die das nicht wollen, sind wahnsinnig laut und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt orchestrierte Kampagnen, die auch tatsächlich zum Ziel haben, den Eindruck zu erwecken, die Gegner sind riesenviele und ständig nur überall dagegen. Wenn man bundesweit schaut, wie viele Kommunen es gibt, auch mit 100 Prozent erneuerbar, würde man staunen, wenn man darüber auch mal in der Intensität berichten würde. Es ist keine Medienschelte in der Form, wie man auch entsprechend darüber berichtet, wie jetzt Gegner da auch auf die Straße gehen, die immer auch eine Kamera bekommt, verstehe ich. Würden Sie sich da eine offensivere Politik wünschen, dass tatsächlich im Meer das auch vorangetrieben wird und man sich eben nicht einschüchtern lässt oder beeindrucken lässt, nennen wir es mal so, von einzelnen Kampagnen gegen Windenergie? Absolut, das ist das eine und auch dafür werben. Ich wünsche mir eine sehr viel positivere Politik, die auch Geschichten erzählt und sagt, wie toll das funktionieren kann und nicht immer nur das Negative. Und jetzt im Moment waren wir jetzt Jahrzehnte mit dem Ausstieg beschäftigt, Atomkohle, jetzt müssen wir mal darüber reden, wo wir eigentlich hinwollen. Wir brauchen positive Geschichten, auch über die Kommunen, die wirklich das können und auch Dinge umsetzen und da auch mal Erfolgsstories zu berichten und auch eine Geschichte auch mal zu erzählen. Mir fehlt das in der Politik total, weil immer nur über diese negativen Dinge berichtet wird und man immer so ein Krisenmanagement, man rennt immer nur noch von einer Krise zur nächsten und wälzt Probleme, das verstehe ich alles, aber mir fehlt es tatsächlich, dass man auch eine Vision entwickelt, wo wir gemeinschaftlich hinwollen und dann auch dafür werben muss, dass viele Dinge umgesetzt werden können. Wobei ich das Gefühl hatte, dass es diese Vision, wo wir hinwollen mit der Energiewende mal mehr gab, als es sie jetzt gibt und es wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten wird. Ich möchte aber zum Thema Windenergie noch zwei Nachfragen stellen und dann möchte ich gerne zu einem anderen neuen Rockstar der Energiewende kommen, dazu gleich mehr. Ich erwähnte eben schon oder Sie erwähnten viel mehr, es hat sich ja was getan, also es gibt jetzt nicht mehr diese verbindliche Vorgabe, dass jedes Bundesland diese 1000 Meter Abstandsregel haben muss, sondern die einzelnen Bundesländer können es selber entscheiden, etwas salopp formuliert. Ist das jetzt eigentlich ein Vorteil oder führt das jetzt nur dazu, dass man einfach sagt, okay Bundesländer, dann schlagt ihr euch die Köpfe ein, was ihr da für eine Regelung findet? Oder braucht man diese Mindestabstände überhaupt nicht und sollte lieber vor Ort mal in den Kommunen gucken, was da eine gute Lösung wäre? Also als jemand, der anderthalb Jahre gegen diese Bundesabstandsregeln gekämpft hat und weiß, was einige CDU, CSU-Politiker eigentlich vorhatten, nämlich ab einem Gehöft sozusagen diese 1000 Meter gelten zu lassen, dann hätten wir nahezu alle Potenzialflächen in Deutschland kaputt gemacht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die Bundesländer jetzt die Hoheit haben. Im Übrigen, wir haben das Bundesemissionsschutzrecht, wir haben eine sogenannte TA-Lärm, die setzen schon bestimmte Abstände voraus. Wir haben allerdings auch grün regierte Länder, die Windabstandsregeln haben, die aus meiner Sicht nicht geeignet sind. Deswegen hoffe ich, dass wir ein bisschen auch einen Wettbewerb der Bundesländer jetzt untereinander bekommen. Ich sage immer, Bayern mit der restriktiven Regeln, BMW kann auch nach Niedersachsen kommen, auch wenn die VW, wir haben VW und wir schätzen VW, aber die Produktion kann auch im Norden stattfinden, da wo Wind erzeugt wird und der Söder soll sich warm anziehen, wenn er weiter Erneuerbare auf diese Art und Weise kaputt macht. Aber die Windabstandsregeln sind nur ein ganz kleines Problem. Claudia Kempfert hat zu Recht daran angesprochen, wir brauchen aktive Anreize. Ich habe am Anfang des Jahres ein sogenanntes Windbürgergeld vorgeschlagen. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich angegriffen wurde, dass ich Menschen kaufen will. Wenn wir aber heute eine Autobahn beispielsweise neu bauen, entschädigen wir auch Menschen und wir schützen sie durch entsprechende Lärmschutz. Darf ich Sie unterbrechen? Was genau ist mit dem Windbürgergeld gemeint? Wer kriegt da wo für Geld? Das ist jetzt etwas, wir sind nämlich schon weiter. Es gibt einen Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums, wo unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten vorhanden sind. Also einmal, dass eine Kommune sich direkt beteiligen kann. Claudia Kempfert hat zu Recht darauf hingewiesen. Wir haben bereits in Mecklenburg-Vorpommern solche Modelle, dass zum Beispiel ein Betreiber eine Kommune fragen muss, ob sie sich beteiligt in einem Konsortium, in einer Gesellschaft. Wir haben aber auch die Möglichkeit, so sieht es das Gesetz vor, dass Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel, die einen Windpark dulden, in Stromtarifen entlastet werden. Also eine vielfältige fünf Mosaiksteine und ich glaube, das ist auch richtig, weil man das von Bundesebene nicht vorgeben kann. Die klassische Lösung sollen die vor Ort auch entwickeln. Das ist ein Punkt, also Anreize zu schaffen. Der zweite wichtige Punkt ist, und das werden wir hoffentlich im Herbst klären, auch in dieser großen Koalition. Wir haben ein Problem, dass wir teilweise Rechtswegstreitigkeiten, Gerichtsverfahren haben, die uferlos sind. Und bis hin zur Spitze, dass bestimmte Organisationen, die gar nicht vor Ort tätig sind, aber die Klageverfahren führen. Und da werden wir gucken müssen, meines Erachtens brauchen wir eine größtmögliche Transparenz am Anfang. Viele Bürgerinnen und Bürger sind von Planungen überrascht und dann gibt es Widerstand. Da muss viel mehr Transparenz her, aber dann die späteren Möglichkeiten, das zu verhindern, das geht nicht, dass das über Jahre sich ziehen kann. Und deswegen müssen wir uns da Gedanken machen. Und das Thema Arten- und Naturschutz, das ist für Umweltverbände, die heute nicht da sind, ein schwieriges Thema. Aber manchmal, also ketzerisch, ich sage es hier trotzdem, wenn der Rotmilan überall da vorkäme, wo er in Klageschriften bezeichnet wird, wo er angeblich vorkommt, dann wäre er nicht mehr auf der roten Liste, sondern würde wie der Sperling durch Deutschland fliegen. Insofern muss man einfach auch hier gucken, da sitzen die Länderumweltminister gerade dran, dass sie versuchen, standardisiert diesen Arten- und Naturschutz für Deutschland zu konzipieren. Auch das muss in die sogenannte Erneuerbare-Energien-Novelle, die wir hoffentlich im Herbst verabschieden. Wir könnten jetzt noch sehr lange an diesem Thema bleiben, aber wir haben noch so viele andere in dem Bereich Erneuerbare-Energien. Deshalb möchte ich jetzt hinüber schwenken zu dem, was gerade, ich erwähnte eben den Begriff Rockstar der Energiewende, der stammt von Franz Timmermans aus der EU-Kommission, gehandhabt wird, und zwar der grüne Wasserstoff. Also es gab da ja vor zwei Wochen ungefähr in Deutschland schon einen nationalen Aktionsplan dazu oder ein Strategiepapier. Und jetzt sagt die EU, wir wollen das auch massiv fördern, unterschützen, grünen Wasserstoff. Was ist das für ein Plan? Ist das eine gute Idee? Und was kann man damit erreichen, was man bisher mit anderen Energieformen nicht erreichen kann? Gerne an Johannes Grabbe. Ja, grüner Wasserstoff spielt natürlich eine große Rolle im ganzen Bereich der Energiewende. Grüner Wasserstoff oder Wasserstoff lässt sich vor allem mal da einsetzen, wo man mit Strom nicht arbeiten kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich der Industriellen, der Stahlerzeugung zum Beispiel, können wir gut Wasserstoff einsetzen. Wir können damit CO2-neutral, also grünen Stahl produzieren, übrigens auch in Niedersachsen. Und dadurch können wir dann industrielle Produktion auch hier in Deutschland oder in Niedersachsen halten. Wasserstoff kann man einsetzen im Schwerlastverkehr. Wir haben den ersten Wasserstoffzug hier in Niedersachsen gebaut, in Salzgitter, und das Land Niedersachsen hat sich gerade verpflichtet, auf nicht elektrifizierten Strecken, also da, wo man mit Strom nicht die Züge betreiben kann, dann nur noch Wasserstoffzüge einzusetzen. In der Schifffahrt, wir haben in Niedersachsen, in der Schifffahrt gibt es große Potenziale für den Wasserstoff. Also von daher, erneuerbaren Energien in Wasserstoff umzuwandeln und sie dann einzusetzen, macht in vielen, vielen Prozessen sehr viel Sinn. Und wir haben hier viele Möglichkeiten in Niedersachsen dazu, weil wir viel erneuerbare Energien haben können. Aber das heißt auch, wir brauchen noch mehr erneuerbare Energien in Niedersachsen, um daraus eben diesen Wasserstoff gewinnen zu können. Genau, das ist der Punkt. Deswegen ist für uns auch, es gibt auch eine norddeutsche Wasserstoffstrategie, eine nationale Wasserstoffstrategie. Das ist für uns in Niedersachsen natürlich alles sehr wichtig, auch gerade, um Wertschöpfungsketten hier zu halten und die Produktionen auch hier zu halten. Das ist, das sind, wenn wir das klug machen, haben wir da auch einen enormen Wettbewerbsvorteil, auch international. Aber man muss auch bei dem ganzen Thema Wasserstoff sagen, das Ganze, wir haben dann auch einen sehr hohen Bedarf an grünen Wasserstoff. Also es wird auch um Importe gehen von Wasserstoff. Und aber auch der Bedarf an erneuerbaren Energien wird dabei so hoch sein, dass wir jetzt auch sehen müssen, dass wir dann einen sehr schnellen Zubau haben. Wenn wir nur Wasserstoff einsetzen, der aber nicht aus erneuerbaren Energien hergestellt ist, dann haben wir da mit Zitronen gehandelt. In welchem Zeitrahmen reden wir denn? Wann wäre es realistisch, dass man zum Beispiel die niedersächsische Stahlindustrie komplett mit grünem Wasserstoff am Leben hält? Also ich weiß, dass in Salzgitter zum Beispiel schon intensiv an dem Thema gearbeitet wird. Das Thema ist jetzt nicht völlig neu. Und wir haben dort sicherlich gute Möglichkeiten, auch zeitnah weiterzukommen. Deswegen ist es ja ganz wichtig, dass wir zum Beispiel diese Reallabore nach Niedersachsen bekommen, dass wir dann dementsprechende Elektrolyseeinrichtungen hier haben. Also dass dieser Ausbau jetzt mit diesen, auch mit den Wasserstoffstrategien jetzt vorangetrieben werden, ist eigentlich genau richtig, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann werden wir da auch schon zeitnah Erfolge sehen können. Frau Kempfer dazu. Ja, also viele Punkte dazu, weil Wasserstoff ist der Champagner der Energieträger. Wir brauchen sehr viel Energie, um überhaupt Wasserstoff herzustellen. Und der Wasserstoff muss in der Tat mit erneuerbaren Energien gewonnen werden. Also ein Beispiel, wenn jetzt auch in der Mobilität davon geträumt wird, Wasserstoff ist das neue Öl. Jeder SUV fährt plötzlich mit Wasserstoff. Sie müssen einfach sich vor Augen führen bei der Herstellung von Wasserstoff. Verlieren Sie erstmal bei der Herstellung drei bis fünfmal so viel Energie. Wenn Sie ihn dann noch nutzen, ist der Wirkungsgrad bei 20 Prozent. Das heißt, in der Zwischenzeit sind 70 bis 80 Prozent der Energie verloren gegangen. Das ist verkraftbar in Prozesse, wo wir tatsächlich keine Alternativen haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit der Maxime Erneuerbare und Efficiency First rangehen. Also überall da erneuerbaren Strom sofort nutzen, wo es geht. In der Elektromobilität, im Schienenverkehr, in der Wärmepumpe. Überall, wo Strom geht und auch nicht eben verschwenderisch damit umgegangen wird, sofort nutzen. Aber die Umwandlungsprozesse sind so energieintensiv, dass es sehr, sehr teuer ist und sehr aufwendig. Und man das nicht, auch kostenmäßig nicht abdecken kann, wenn man jetzt davon träumt, das jetzt in einem SUV einzusetzen, weil das ist tatsächlich nicht das Ziel. Wobei es ja gezielt für diese Bereiche verwendet werden soll, die eben nicht anderweitig sind. Stahlindustrie, Schifffahrt und ähnliche Flugzeuge. Stahlindustrie, Flugzeuge und da kann man auch Booten einführen. Und im Übrigen, wenn Sie schon über Zeiträume reden, die Wasserstoffgesellschaft, ich bin jetzt ein bisschen älter, war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts das Thema schlechthin. Woher kommt das? Das kommt aus den Ländern, die wahnsinnig viel Atomenergie nutzen. Die wissen nicht, wohin mit ihrem Strom, auch in der Nacht. Dann kommt diese Wasserstoffwelt, Japan hat da drauf gesetzt, aber auch nicht so erfolgreich. Sie brauchen dafür eine neue Infrastruktur. Sie brauchen dafür auch entsprechende Kapazitäten und sie brauchen auch die Lagermöglichkeiten. Das heißt, es gibt zwei Dinge, die ich jetzt für Niedersachsen interessant finde und da würde ich mir auch wünschen, dass das kommt. Das ist einerseits, wenn die Offshore-Windenergie genutzt wird und auch überschüssiger Strom da ist, anstelle die Anlagen runterzufahren, anstelle immer jetzt noch 50.000 neue Strommasten irgendwo zu fordern, besser Wasserstoffelektrolyse gleich heranschalten. Die wollen das im Übrigen auch, die Offshore-Windenergiebetreiber, dafür fehlt die Regulierung und die Rahmenbedingungen. Das ist Schritt eins. Und dann dieser Wasserstoff, dafür dann auch eine Infrastruktur zu bauen, gerne auch ein Wasserstoff-Terminal in Wilhelmshaven. Im Übrigen, schönes Thema, jetzt lege ich meinen Finger in die Wunde. Statt LNG, bitte schön, gleich Wasserstoff, weil dann können wir uns auch Trump vom Hals halten, weil der will ja unbedingt LNG-Terminals bauen und überschüttet uns mit Sanktionen. Geht mal gleich von diesem Plan weg, gleich in Richtung Wasserstoff und dann gerne nutzen für die Stahlherstellung, weil in der Tat dafür braucht man so viel Strom, dass das schwer innerhalb Deutschlands darstellbar ist. Da geht man jetzt auf Szenarien mit Nordafrika oder Solarenergie, aber auch das muss ausgebaut werden. Wir sprechen ja über Jahrzehnte und mir ist das alles zu schnell, dass auf einmal so eine Euphorie mit Rockstar und was auch immer alles plötzlich kommt. Wohlwissend, dass diejenigen, die das so stark propagieren, eigentlich nicht grünen Wasserstoff im Sinn haben. Das mal deutlich zu sagen, hier geht es plötzlich um Grauen, um Weißen, um Blauen, um Türkisen und die ganze Farbpalette dieses Raums wird da plötzlich aufgelistet. Was man den Leuten erklären muss, hier geht es um aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff, aus Öl gewonnenen Wasserstoff, hier geht es um aus Kohle gewonnenen Wasserstoff. Wenn man das macht, ist man mit den Pariser Klimazielen ganz weit weg. Da sind wir in acht bis zehn Grad Szenarien, weil das so viel Emissionen verursacht und davor warne ich, dass man diesen Champagner nicht schön redet und eigentlich was ganz anderes. Wir möchten natürlich in unserer Diskussion nur den Champagner, der wirklich grün ist oder sagen wir mal die Waldmeisterschorle, die wirklich grün ist. Herr Miersch, ich habe Sie gelegentlich nicken, sehen, was ist der grüne Wasserstoff? Ist es jetzt der Klimaretter, der Wachstumsmotor oder eine möglicherweise überschätzte, noch nicht ganz ausgereifte Technologie? Also ich habe den Eindruck, dass diese Gesellschaft immer nach einfachen Antworten natürlich lächzt. Und das, was wir eben gesagt haben, von den Umfragen her sind 80 Prozent für Klimaschutz, 80 Prozent wahrscheinlich auch noch für einen schnelleren Kohleausstieg. Aber die spannende Frage ist, wie setzen wir es um? Und dann kommt plötzlich Wasserstoff als die eierlegende Wollmilchsau, mit der wir irgendwie alle Probleme lösen können. Und davor warne ich, weil es ist eben so, es sind viele Leute unterwegs, die nicht die Frage stellen, wie soll denn dieser Wasserstoff produziert werden? Und Wasserstoff ist nur für das Klima gut und auch nachhaltig, wenn er tatsächlich aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und da haben wir das Effizienzthema, weil wir natürlich einen riesen Energieeinsatz auch an Erneuerbaren für den Umwandlungsprozess brauchen. Und deswegen glaube ich, dass Wasserstoff ein Baustein ist, ein Baustein im zukünftigen Energiesystem, weil es uns ermöglicht, zum Beispiel ein Unternehmen wie Dow Chemical in Stade, einen Energiebedarf von ganz Hamburg. Das kann ich nicht mit volontären Energieträgern machen, sondern da brauche ich Speicherung. Und insofern sind das Dinge, Stahlindustrie ist genannt worden, wo wir Wasserstoff für einsetzen müssen. Aber wir müssen dann eben auch sagen, womit produzieren wir ihn? Und das Thema, was letztlich, ich will das hier auch an dieser Stelle einfach nochmal offen ansprechen, was eben so nebenbei gefallen ist, wir werden uns auch die Frage der Effizienz wirklich stellen müssen. Also das große Elektrofahrzeug, was unheimlich viel Energie verbraucht, ist per se nicht klimafreundlich, sondern wir werden mit unseren Energieträgern, die wir haben, mit den Erneuerbaren, sehr sorgfältig umgehen müssen. Und deswegen werden wir uns fragen müssen, das ist eine Debatte, die ich leidenschaftlich im Moment auch mit den IG Metallern natürlich diskutiere. Wir werden aber diese Frage, und da kommt dann wieder die Umfrage, alle sind für Klimaschutz, aber wir sehen, dass der Absatz von SUVs in die Höhe schnellt. Das heißt, das Kaufverhalten ist eben gerade nicht so. Und warum verbietet man die SUVs nicht einfach? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also ich bin manchmal... Sagen wir mal, Autos die gewisse Grenzwerte überstreiten. Ich glaube, wir haben inzwischen eine CO2-Bepreisung, beziehungsweise auch eine Grenzwertregelung, die durchaus ordnungsrechtlich wirkt. Da gibt es noch Verrechnungsmodelle. Aber am Ende glaube ich schon, dass diese Gesellschaft eben überlegen muss, welchen Rahmen setzen wir. Ich will nun nicht alles durch Verbote regeln, aber wenn wir die Effizienz uns nicht vornehmen, und da haben wir gute Beispiele, dass wir im Ordnungsrecht eben weiterkommen. Also beispielsweise, indem wir ein ganz kleines Beispiel den Waschmaschinenherstellern sagen, das ist das zurzeit effizienteste Markt des existierenden Modells. Und ihr habt jetzt zwei Jahre Zeit, euch darauf einzurichten. Wenn ihr das nicht schafft, das ist der sogenannte Top-Runner-Ansatz, fliegt ihr vom Markt. Wir sehen plötzlich, dass damit Innovationen ausgelöst werden können. Und solche Modelle, glaube ich, brauchen wir. Das heißt, Wasserstoff löst nicht unsere Probleme, sondern es ist ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil. Und ich freue mich, habe dafür sehr auch mit Olaf Scholz und anderen gekämpft, dass wir Milliarden für die Wasserstoffstrategie im Konjunkturpaket auch haben. Das, finde ich, muss jetzt Niedersachsen auch heben, diese Potenziale. Johannes Graber hat eben schon gesagt, das Thema Reallabore. Da wünsche ich mir, dass die niedersächsische Landesregierung massiv wirbt, dass das hier stattfindet, weil wir hier eben die Offshore-Technologie haben, wo wir richtig viel mitmachen können. Sogar Speicherkapazitäten haben, Kavernen, die wir nutzen können, Gasinfrastruktur, die möglicherweise nutzbar ist. Also ganz, ganz spannendes Terrain. Aber es ist eben nicht alles. Ich möchte gerne zwei Ansätze aus dem, was Sie gesagt haben, vertiefen. Das eine geht eher in eine gesellschaftlich, ich will nicht sagen philosophische, aber doch in eine E-Meter-Ebene, ist die Frage der SUVs. Und dieses immer schneller, höher, weiter. Brauchen wir so etwas wie ein gesellschaftliches Umdenken auch, dass wir schonender mit Ressourcen umgehen und schonender mit Energie umgehen, damit wir eben diesen Energiebedarf irgendwann komplett aus Erneuerbaren bestreiten können? Die Frage, wie wir mit Natur umgehen, ist, glaube ich, schon eine zentrale. Im Übrigen ja nicht nur im Bereich der Energie, sondern im Bereich des Artenschutzes beispielsweise. Wir sehen, dass in Niedersachsen welche agrarpolitischen Probleme wir haben, wenn es beispielsweise um Trinkwasser geht, weil wir eine Intensivtierhaltung an bestimmten Stellen so mannigfach haben, dass das schlichtweg Natur überfordert. Und dennoch sage ich all denen, die leichtfertig oder die einfach sagen, ihr Politiker, ihr müsst eben dafür sorgen, dass das und das passiert. Wir haben, wenn wir diese Runde verlassen, ganz viele Interessen. Und alleine das Thema für die Sozialdemokratie, wir sind bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, dieses gesellschaftspolitischen Diskurs, das wir alle mitnehmen müssen oder viele jedenfalls in dieser Gesellschaft, weil wir möglicherweise sonst das erleben, was wir in Amerika erlebt haben. Viele Leute, Industriearbeiter, die sich im Stich gelassen fühlten und plötzlich einen Präsidenten gewählt haben, der als erste Amtshandlung die Kündigung des Pariser Klimaschutzabkommens gemacht hat. Deswegen sage ich, wir müssen da überzeugen. Wir haben im Moment einen Riesendiskurs, die SPD-Politiker mit den Gewerkschaften über die sogenannte Kaufprämie, dass wir da gesagt haben, das machen wir nicht. Das muss man führen, diesen Diskurs, auf Augenhöhe, in Hochachtung auch der Leistung. Und insofern ist es zu einfach zu sagen, da gibt es die Überforderung der Natur und deswegen machen wir 180-Grad-Wende. Wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, aber ich gebe Ihnen als Umweltpolitiker natürlich recht. Wir überreizen im Moment diesen Planeten. Sie noch dazu? Ja, wir bräuchten vier Planeten, wie Matthias Misch zu Recht sagt, um diesen Lebensstil, den wir in den Industriestaaten haben, aufrechterhalten können. Im Übrigen zulasten der zukünftigen Generationen, im Übrigen zulasten des globalen Südens. Auch die darf man nicht vergessen, wenn es darum geht, wer die Verursacher sind des Klimawandels und wer die Leidtragenden. Insofern muss es auch darum gehen, dass wir die Emissionen senken. Da sind wir auch ganz gezielt in der Verantwortung, auch Deutschland, Europa, weil wir eben auch einen langen Rucksack an Emissionen schon mit uns rumtragen und diese Emissionsminderung voranbringen können und gleichzeitig aber auch technologischen Fortschritt Innovationen in den Markt bringen können. Und da wäre ich jetzt schon optimistischer, dass es damit auch viele Beschäftigte gibt und geben kann, wenn man es nicht falsch macht und zum Beispiel die Windarbeitsplätze, wichtige Industriearbeitsplätze durch sehenden Auges und politisch gewollt an die Wand fährt. Und wenn man es auch richtig macht, dass man jetzt auch für die Fahrzeugindustrie, für die Mobilität von morgen die Zeichen richtig erkennt, die Rahmenbedingungen setzt und auch ein Management hat, was rechtzeitig in die Zukunft investiert, dann kann man sogar Beschäftigte sichern. Wir wissen, dass die gesamte Energiewende beschäftigungsintensiver ist als die konventionelle. Das hat viele Gründe. Also es entstehen neue Arbeitsplätze, mehr als verloren gehen. Viel mehr als verloren gehen. Die konventionelle Energie hat nicht viele Arbeitsplätze, die sind ja auch jetzt zum Teil auch jetzt durch den Strukturwandel schon lange weg. Aber jetzt geht es darum, auch die Mobilität von morgen inklusive Zulieferer, inklusive auch Autohersteller sind durchaus in der Lage, auch beschäftigungsintensiv diese Mobilitätsanforderungen zu erfüllen. Und wenn Sie schon SUV ansprechen, es muss darum gehen, dass wir Mobilitätsdienstleistungen viel, viel stärker in den Vordergrund bringen. Was meinen Sie mit Mobilitätsdienstleistungen? Wir erkennen ja im Moment in der Corona-Krise, dass wir auf Videokonferenzen beispielsweise setzen. Dann wollen wir von A nach B, die individuelle Mobilität muss jederzeit für jeden Menschen auch bezahlbar attraktiv sein. Das heißt aber nicht, dass man sich in ein eigenes Fahrzeug setzt, sondern dass man eine App hat und eingibt. Ich möchte jetzt von Berlin nach Hannover, jetzt gibt es zu mir die Optionen und dann kommen ABC, ich habe die und die Anforderungen an Geld, an Zeit, an Umweltwirkung und das möchte ich erfüllt haben. Und diese Mobilitätsdienstleistung inklusive Digitalisierung, sprich in der Zukunft werden Fahrzeuge on demand auch kommen. Es werden autonom fahrende Busse, auch Shuttlebusse rumfahren, die die Menschen hin und her bringen. Da geht die Zukunft hin. Gerade in der IT entstehen enorm viele Jobs, auch in der Fahrzeugfertigung. Aber es verändert sich was und wir sind an so einem Punkt, wo man auch früher war, als Kutschenhersteller gesagt haben, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Dass wir dieser Branche auch jetzt deutlich machen müssen, wir sind an einem Wendepunkt und entweder wird es verstanden und auch umgesetzt oder es werden viele, viele Beschäftigte in die Zukunft nicht haben. Und das muss man tatsächlich ändern. Die Beschäftigten und ihre Zukunft, wie ist die Sicht der Gewerkschaften darauf? Muss Klimaschutz und Beschäftigung ein Widerspruch sein oder befördert sich das gegenseitig? Und was kann man da jetzt schon tun, um da eventuellen Beschäftigungsrückgängen vorzuwirken? Naja, wir haben als Gewerkschaften da eine klare Position. Also wir haben ein klares Bekenntnis für den Klimaschutz in unseren Positionslagen, der Klimaschutzziele. Wir haben da auch, übrigens auch im Internationalen, mit unseren Schwestergewerkschaften, zum Beispiel in Europa, auch gute Vereinbarungen. Weil wir halt natürlich sehen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sind auch vom Klimawandel betroffen. Also das erwartet unsere Mitgliedschaft übrigens auch von uns. Zwei Dritte der Facharbeiterschaft macht sich große Sorgen aufgrund des Klimawandels. Das muss man an der Stelle auch mal sehen. Also von daher haben wir natürlich auch ein klares Interesse, dass wir den notwendigen Strukturwandeln auch hinbekommen, der hier jetzt ja auch verschiedentlich angesprochen wurde. Aber wir sagen natürlich auch an der Stelle ganz klar, die Gerechtigkeitsfrage stellt sich ja nicht nur global, die stellt sich ja auch hier. Also wenn wir sagen, hier werden jetzt neue Industrien entstehen und da womöglich Arbeitsplätze abgebaut, dann kann man ja nicht einfach so eine Verrechnung machen. Schon allein, wenn wir das mit den Mobilitätsdienstleistungen hören, das sind ja ganz andere Jobprofile, das sind ganz andere Qualifikationsanforderungen. Dieselben Leute, die Autos zusammenschrauben, werden nicht die Computer womöglich programmieren. Das muss einem einfach klar sein an der Stelle. Also von daher stellen sich da natürlich enorme Fragen. Grundsätzlich ist es aber so, wir dürfen uns da auch keine Angst machen. Wir als Gewerkschaften oder auch als Beschäftigte haben auch enorme Erfahrungen mit Transformationen und wir haben hier auch in Deutschland einen Riesenfund, das ist die Mitbestimmung. So, wir können uns da einbringen und wir wissen auch, dass zum Beispiel Betriebe, da gibt es Studien, die gut mitbestimmt sind und wo die Beschäftigten gut gewerkschaftlich organisiert sind, mehr für den Klimaschutz tun. Also wir haben da auch Know-how. Also an den Stellen, denke ich, können wir uns viele Fragen stellen und die auch zum Teil beantworten. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei. Wir sind ja auch in Niedersachsen, dass wir gewisse Schlüsse in Industrien auch haben, die hier auch den Wohlstand mit ausmachen. Und wir wollen die Klimaschutzziele nicht durch die Industrialisierung erreichen, sondern wir wollen eine sozial-ökologische Transformation. Und wenn wir da über Automobilindustrie sprechen, da ist mir diese Zuspitzung auf die SUVs da an der Stelle auch ein bisschen eng. Wir haben 250.000 Beschäftigte in Niedersachsen, die von der Automobilindustrie abhängen. 38 Prozent der industriellen Wertschöpfung in Niedersachsen kommt durch die Automobilindustrie. Das ist ein ganz wichtiger Zweig. Und dass uns da die Transformation gelingt, dass wir dort die Wertschöpfung auch erhalten, das wird eine ganz wesentliche Aufgabe sein. Ich möchte gerne an diesen Punkt aufgreifen. Sie haben ja völlig recht, Sie sagen, das Thema Auto und Niedersachsen ist ja in der Regel nicht, ob man ein SUV fährt oder ein VW fährt, sondern dass man tatsächlich sein Geld damit verdient, direkt oder indirekt in der Autoindustrie beschäftigt zu sein. Nun gibt es diese Förderprämie, die beim Kauf eines E-Autos, die auch nochmal deutlich aufgestockt worden ist. Es gab ja auch durchaus Leute in Niedersachsen, die hätten sich eher finanzielle Unterstützung für den Kauf oder Neukauf eines Verbrennungsmotors gewünscht. Wie schätzen Sie das ein? Wird das jetzt der große Durchbruch des E-Autos und was bedeutet das für Niedersachsen, für die Autoindustrie Niedersachsen, die ja doch relativ stark noch auf den Verbrennungsmotor ausgerichtet ist? Gerne, wer als erster sich das Mikro geschnappt hat hier? Ja, also dazu vielleicht, also wir haben jetzt Deutscher Gewerkschaftsbund in Niedersachsen ja auch einen eigenen Vorschlag vorgelegt, wie man über Kaufanreize, das ist kontrovers diskutiert worden, aber wie man über Kaufanreize schon auch genau das hinbekommt, einerseits die E-Mobilität nach vorne zu bringen, emissionsfreie Autos, andererseits aber auch zur Kenntnis nimmt, dass wir an zwei Stellen da auch noch Probleme haben. Wir haben einerseits die Ladeinfrastruktur, also die Infrastruktur ist noch nicht in dem Umfang vorhanden, dass wir von heute auf morgen jeglichen Individualverkehr auf Elektrofahrzeuge umstellen können. Andererseits haben wir auch die Produktionskapazitäten noch nicht in der Weise, die werden ja erst sukzessive auch gerade aufgebaut. Also von daher haben wir dann einen sehr, wie ich finde, auch sinnvollen Vorschlag gemacht, dass wir gesagt haben, wir können zum Beispiel einen Kaufeinreiz setzen für ein E-Auto, was jetzt bestellt wird, später aber erst geliefert wird und das überbrücken wir mit einem emissionsarmen Verbrenner in einem Leasingverfahren. Das heißt, wir fördern nicht den Verbrenner mit der Kaufprämie, sondern am Ende steht der Erwerb eines emissionsfreien Fahrzeugs. Und das sind so, das sind so, sage ich mal, Mechanismen, über die man da nachdenken muss, um das hinzubekommen, dass man wirklich auch eine Transformation unterstützt und vollzieht. Und da an der Stelle fand ich die öffentliche Debatte auch manchmal ein bisschen zu zugespitzt, weil das ist schon die Aufgabe, die wir haben an der Stelle. Aber ich bin schon der Meinung, dass die Autokonzernen und auch die Manager doch sehr viel frühzeitiger hätten erkennen können, dass der Markt nicht in Verbrennungsmotoren liegt, die zumindest Diesel und Benzin verbrennen. Das Thema ist nicht neu. Ich erinnere mich auch an eine sehr arrogante Reaktion, auch schon eine Weile her, aber dass die deutschen Autokonzerne behaupteten, Elektromobilität, da sind Worte gefallen, die will man jetzt alle gar nicht wiederholen, aber dass das irgendwie nicht die Zukunft sei. Es wurden ausländische Anbieter verlacht, als dann versucht wurde auch gerade, was jetzt auch so, weil wir jetzt ja sehr viel durch die Corona-Krise sehr viel Bestellungen haben, die geliefert werden müssen. Die Lieferfahrzeuge, gerade die einen Umkreis haben, auch in Berlin, in allen Ballungszentren, auch auf dem Land, doch nie mehr als 100 Kilometer am Tag fahren, problemlos elektrisch angetrieben werden können, als dann die Deutsche Post sich da irgendwie selber auf den Weg gemacht hat. Das ist ja alles jetzt auch nicht profitabel. Aber trotzdem, dieser ganze Markt, der da entsteht, wurde aus meiner Sicht überhaupt nicht richtig erkannt. Und dann jetzt an dem Punkt zu sein, ja, wir sind irgendwie 2023, können wir dann den Leuten, die heute eins kaufen wollen, irgendwas anbieten, halte ich tatsächlich für zurückwärtsgewandt. Und das Thema ist aus meiner Sicht noch immer aus nicht wirklich in ausreichender Art und Weise verstanden worden. Wir sind an einem Tipping Point, wo wir, wenn wir die Pariser Klimaziele umsetzen wollen, der Verkehrssektor 60 Prozent der Emissionen in den nächsten Jahren senken muss. Ich finde es gut, dass die Gewerkschaften sich da einbringen und sagen, wir haben da auch ein Know-how, aber die Probleme, die da jetzt da sind, da erinnert mich die Autoindustrie sehr stark an die Energiewirtschaft von vor 20 Jahren. Dieses trügerische Gefühl der Unangreifbarkeit, dieses wir machen alles richtig, alle anderen machen es falsch. Und da muss auch, finde ich, da würde ich mir sehr viel mehr Druck auch aus der Gewerkschaftssicht, aus der Beschäftigten-Sicht wünschen, da auch an die Manager zu appellieren, dass wirklich so der letzte Warnschuss da ist, weil sonst geht es so ähnlich wie Kodak oder die Kutschenhersteller vehement irgendwie an der Vergangenheit fest sein, ohne dass tatsächlich die Zukunft richtig angegangen wird. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe, aber ich bin der Meinung, dass es hier auch ein innovatives Management bedarf, die sich dieser Aufgabe auch wirklich bewusst sind, die es da zu bewerkstelligen gilt. Ich habe da so meine Zweifel, dass das alle so richtig durchdrungen haben. Immer noch. Leider. Herr Miersch noch dazu? Ja, das ist auch so ein schönes Beispiel, wie eine ganz komplexe Diskussion immer mit einem Thema verbunden wird. Wir hatten das eben beim Thema Kohleausstieg, wo alles 2038 Ja-Nein guckt, ohne zu sehen, welche Pfade davor eigentlich notwendig sind und jetzt auch beschlossen sind. Wir hatten eben das Thema Wasserstoff. Das ist einfach so und dann geht es. Und Kaufprämie war auch entweder schlecht oder gut. Das Thema Mobilität der Zukunft, glaube ich, ist viel, viel komplexer. Meine persönliche Haltung war, wenn wir richtig staatliches Geld in die Hand nehmen, muss das für Zukunft passieren. Und insofern ist für mich das Thema Mobilität und wir sagen ja, welche Chancen ergeben sich jetzt für Niedersachsen. Das Thema Mobilität der Zukunft ist, glaube ich, hier in einem Bundesland sehr, sehr gut angelegt, was von Automobilindustrie wirklich auch lebt und ich finde auch weiterleben soll, denn die Zukunft wird auch mobil sein müssen. Das sind andere Formen von Fahrzeugtypen möglicherweise, aber wir leben hier auch in einem Flächenland. Das heißt, das, was ich aus der Berliner oder hannoverischen Szenerie beschreiben kann, gilt 30, 50, 100 Kilometer von hier entfernt, schon lange nicht mehr. Das heißt, wir werden hier in Niedersachsen sowohl die ländlichen Mobilitätsformen denken müssen, wie auch die Ballungsräume. Und dazu wird es dann darum gehen, dass wir jetzt auch, was wir im Konjunkturpaket angelegt haben, nämlich das Thema Ladeinfrastruktur. Das wird nicht von Olaf Scholz auf Bundesebene angeordnet werden können und dann läuft es, sondern wir werden Kommunen, Länder brauchen, die das jetzt vor Ort umsetzen. Dafür sind auch Milliardenbeträge im Konjunkturpaket nochmal extra aufgenommen worden. Ist es denn realistisch, dass bald jede Tankstelle eine Ladestelle für E-Autos hat? Es muss nicht jede Tankstelle, aber wir müssen eine Infrastruktur schaffen, die es zumindest ermöglicht, in einem Flächenland wie Niedersachsen problemlos Elektrofahrzeuge zu nutzen. Als Vorsitzender des Bezirks der SPD Hannover, der geht von knapp Hamburg, Harburg bis in den Harz, muss ich mir überlegen, ob ich mir augenblicklich ein deutsches Fabrikat leisten beziehungsweise, also nicht von der Monetär, das kann ich als Abgeordneter, aber ob ich das laden kann ausreichend. Noch dazu wohne ich in Laatzen in einer Mietwohnung und habe keinen Carport. Da fängt es dann schon an. Aber künftig soll es möglich sein, dass man von Harz bis nach Ostfriesland, wo immer man gerade unterwegs ist, das schafft man alles mit dem E-Auto. Ich halte das absolut im individuellen Bereich für möglich. Ich wünsche mir allerdings auch, das ist jetzt leider unter Corona richtig schwierig, aber wir brauchen natürlich auch einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir haben das hier in der Region Hannover durch die Expo erlebt, beispielsweise durch die neuen S-Bahnstrecken. Wir haben hier hervorragende Beispiele, beispielsweise in der Region Hannover eine Jugendnetzkarte, wo man für 15 Euro als Jugendlicher im Monat frei fahren kann, Busse, Bahnen, U-Bahnen. Und wir sehen, seitdem wir die eingeführt haben von vor zwei Jahren, wir haben einen Nachfrageschub von 85 Prozent. Brauchen wir denn mehr Strecken oder mehr Angebot oder muss es einfach billiger werden? Das Erste ist, dass wir auf alle Fälle erstens von der Tarifstruktur besser werden. Da gibt es auch schöne Beispiele. Das muss nicht alles kostenfrei beziehungsweise gebührenfrei sein. Aber zum Beispiel der Landkreis Hameln-Pyrmont hat jetzt das Tarifsystem völlig umstrukturiert und Sie merken, es zieht an. Aber auch die Verlässlichkeit natürlich. Die Frage von Sicherheit ist im öffentlichen Personennahverkehr auch eine entscheidende. Und dann, glaube ich, gilt es darum, die Technik der Zukunft tatsächlich zu nutzen. Also zu verbinden öffentlichen Personennahverkehr mit Rufsystemen. Dank der Digitalisierung wird das alles punktgenau möglich sein, wenn man dann noch das Thema autonomes Fahren dazu bekommt. Und wir denken ja hier in Schritten von bis zu 30 Jahren. Wir wollen 2050 treibhausgasneutral sein. Das heißt, da werden wir das System der Zukunft entwickelt haben müssen. Da, glaube ich, ist ganz viel Potenzial. Ich merke, also das war mir natürlich vorher schon klar, aber dieser Abend hat es mir umso deutlicher gemacht. Es gibt nicht die Energiewende oder diese eine Maßnahme, die uns voranbringen wird. Es ist ein ganz Bündel von Maßnahmen, die jede einzelne für sich große Chancen und Herausforderungen birgt, aber auch nur im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen wirklich das Ziel erreichen wird, was wir uns wünschen. Ich muss gestehen, an dieser Stelle der Diskussion blutet mir ein bisschen das Herz, denn normalerweise säßen jetzt ganz viele Leute, die sich melden würden, die ihre Fragen einbrächten, ihre Erfahrungen, auch ihre persönliche Lebenswelt aus dem Ort in Niedersachsen, wo sie gerade sind und oder aus dem Beruf, in dem sie arbeiten. Das ist momentan noch nicht möglich, hoffentlich bald wieder möglich. Deshalb möchte ich sie gleich in den Abend entlassen, aber nicht ohne eine kleine Schlussrunde hier zu machen. Wir haben über sehr viele verschiedene Maßnahmen gesprochen. Es geht um das Thema, wie bringen wir die Energiewende in Niedersachsen voran. Wenn Sie jetzt persönlich drei Sachen auswählen müssten, wo Sie sagen, okay, also wenn ich jetzt Politiker wäre, das Geld hätte oder manche sind ja auch Politiker, aber dürfen auch nicht ganz alleine entscheiden. Und was sind so die Maßnahmen, wo man wirklich sagt, da lohnt es sich noch energischer, die voranzutreiben und das muss man wirklich machen, sonst fahren wir diese Energiewende gegen die Wand. Ja, vielleicht mache ich dann den Beginn. Also wenn ich drei Sachen auswählen darf, die jetzt ganz zentral sind, dann würde ich wählen Investition, Investition und Investition. Und woran konkret investieren? Also wir haben als DGB, andere auch, viele Vorschläge. Es liegen viele Vorschläge für sinnhafte Investitionen auf den Tisch. Über öffentliche Investitionen können wir übrigens auch gerade sehr gut auf diese Corona-Krise reagieren. Und da spielt natürlich eine Rolle, dass wir jetzt nicht nur die Wirtschaft wiederbeleben, sondern sie auch nachhaltig zukunftsfähig aufstellen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Verkehrswende ist ein gutes Beispiel. Ausbau von ÖPNV, von Schiene. Wir können in dem Bereich energetische Gebäudesanierung, Energieeffizienz. Es gibt mannigfaltig Lohnenswerte, auch gerade für die Energiewende oder auch für Klimaneutralität essentiellen Investitionen hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir uns besser, krisenfester, nachhaltiger aufstellen. Gleichzeitig aber auch die Energiewende oder auch dann die CO2-Neutralität sicherstellen. Das ist übrigens auch eine Frage von Generationengerechtigkeit. Wenn wir jetzt massiv Geld in die Hand nehmen, um uns nachhaltiger aufzustellen, dann ist das etwas, was dazu beiträgt, dass wir unser Bundesland, letztlich dann auch unseren Planeten, den nachrückenden Generationen in einem anderen, besseren Zustand hinterlassen. Von daher ist jetzt nicht die Zeit zu sagen, wir machen hier schwarze Null und der Gürtel muss eng geschneit werden, sondern wir müssen jetzt tatsächlich in die Zukunft investieren. Aus ganz, ganz vielen Gründen. Klimaschutz ist ein ganz wichtiger, aber halt auch die Frage, wie geht es mit unserer Wirtschaft weiter. Wer möchte? Ja, also ich würde ein Thema anschneiden, was wir heute gar nicht angesprochen haben. Das ist das Thema Photovoltaik, weil ich glaube, wir dürfen nicht nur auf Wind setzen, sondern das Thema Photovoltaik muss ganz klar ganz nach oben. Ich wünsche mir, dass auf jedem Dach eine Anlage irgendwann ist und dass wir tatsächlich Anreize dafür schaffen. Bei Neubauten könnte ich mir sogar eine Verpflichtung wirklich vorstellen. Das zweite große Thema ist das Thema Verkehr, weil es mit Niedersachsen einfach verbunden ist und ich wünsche mir, dass wir mit den Gewerkschaften zusammen, mit der Automobilindustrie, mit den Zulieferern wirklich die Mobilität der Zukunft hier konzipieren, weil ich mir sehr sicher bin, jenseits von Niedersachsen, jenseits von Deutschland werden die Fahrzeuge gefragt sein, die am effizientesten sind. Und wir sind Exportnation, Niedersachsen ist Exportland. Deswegen müssen wir hier wirklich richtig voranschreiten, einschließlich der Ladeinfrastruktur. Und das dritte Thema, was wir hier heute auch noch nicht angesprochen haben, ist das Thema Gebäude. Wir werden uns das Thema Wärme auch angucken müssen. Das heißt, auch hier Effizienz und auch hier stelle ich mir vor, dass die Landesregierung mit den Kommunen zusammen das aufgreift, was wir auch im Konjunkturprogramm an Investitionen vorgesehen haben. Denn wir müssen auch an die Gebäude ran. Das ist ganz entscheidend. Also die Frage war jetzt, was man sich wünscht. Also was innerhalb der vielen Maßnahmen, die angesprochen oder zum Teil eben auch nicht angesprochen wurden, Ihre drei sind, wo Sie sagen, da muss man wirklich ran. Das sind für mich persönlich die wichtigsten. Okay, also das wäre jetzt so eine Art Wunsch. Da hätte ich mir jetzt so richtig schöne Sachen ausgedacht. Sie dürfen auch ein bisschen in die Zukunft schauen und sich Dinge wünschen. Also wenn ich mir so eine Wunsch, also wenn ich jetzt so eine Art Wunschfee wäre, ohne dass ich jetzt wirklich in die reale Politik und mir jetzt da reindenken muss, was jetzt morgen die Gewerkschaft Y und der Politiker machen muss, würde ich mir drei Dinge wünschen. Das eine ist, dass wir sofort schaffen, das Ausbautempo der erneuerbaren Energien zu verdreifachen, Niedersachsen bundesweit. Und zwar durch Solarenergie, Windenergie und alle. Und zwar das Ausbautempo wirklich verdreifachen. Das Zweite wäre, dass von den Fließbändern, die hier in der Fahrzeuge, die hier in Niedersachsen produziert werden, keine fossilen Fahrzeuge immer runtergehen, sondern nur noch Emissions, wirklich echte emissionsfreie Fahrzeuge, elektrische oder auch andere. Und das Dritte wäre, dass wir ein Wasserstoffterminal in Wilhelmshaven haben. Heute, morgen, sofort. Ich freue mich, dass wir am Ende unserer Diskussion wieder in Wilhelmshaven gelandet sind, den regionalen Bezug auch nicht verloren haben und dass wir auch mit einem etwas weiteren Blick in die Zukunft geendet sind. Ich glaube, das wurde in dieser Schlussrunde deutlich, dass es leicht ist zu sagen, ihr Politiker macht das mal, EU-Kommission beschließt das und sich dann hinterher darüber zu ärgern, was da beschlossen wurde oder auch zu freuen, was beschlossen wurde oder sich darüber zu ärgern, was nicht beschlossen wurde. Dass deutlich wird, dass es doch auch auf jeden Einzelnen ankommt, der eine Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach installieren kann, der sich entscheiden kann, welches Auto er kauft und ob er sich überhaupt eins kauft oder andere Formen der Mobilität wählt. Ich danke Ihnen allen für die lebhafte Diskussion. Wir könnten Sie noch viele Stunden fortsetzen. Es gäbe noch wahnsinnig viele Themen, aber das machen wir dann irgendwann, wenn wir wirklich wieder in großer Runde mit Publikum, ob online zugeschaltet oder real in einem Raum sitzend. Wenn Sie dann alle wieder mit dabei sind, dann diskutieren wir weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Also nicht denken, die Mikros seien kaputt. Bitte. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend. Mein Name ist Stefan Meuser, ich leite das Landesbüro Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung und heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Niedersachsen und die Energiewende wie weiter. Gerne hätten wir Sie heute physisch als Teilnehmende begrüßt, aber Sie ahnen es, wegen Corona war das nicht möglich und daher haben wir uns entschieden, die Möglichkeit zu nutzen, das Ganze als Aufzeichnung hier aus unseren Räumlichkeiten der Friedrich-Ebert-Stiftung Hannover zu senden. Unser Thema, die Energiewende war vor Corona, manch einer mag sich noch erinnern, an Fridays for Future und die Demos noch in aller Munde. Im Hinblick auf den Klimaschutz und die verpflichtenden EU-Klimaziele ist eine Zukunft ohne die Nutzung fossiler Brennstoffe sicher auch ohne Alternative. Der damit verbundene Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglicht im günstigsten Fall Innovationen und neue Technologien unterbringt neue Wertschöpfungen vor Ort. Die Windenergie ist dabei eine vergleichsweise kostengünstige und etablierte Technologie und bildet damit das Kernstück der Energiewende im Stromsektor. Niedersachsen verfügt zur Erzeugung von Windstrom über sehr gute, natürliche Potenziale. Gleichzeitig ist aber auch der Ausbau der Windenergie in den letzten Jahren in Deutschland ins Stocken geraten. Stichworte sind hier Abstandsregelungen, die Kritik örtlicher Bürgerinitiativen oftmals an der Errichtung der Windkraftanlagen oder auch zu wenig ausgewiesene Flächen. Aber die Energiewende umfasst eben nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch die Sektoren Verkehr, Industrie und den privaten Verbrauch. Und im günstigsten Fall soll natürlich eine intelligente Kopplung dieser verschiedenen Sektoren künftig für eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs sorgen, wozu auch dann die Entwicklung von moderner Speichertechnologie zählt. Vieles wird daher davon abhängen, welche politischen Weichenstellungen jetzt für die nächsten Jahrzehnte vorgenommen werden, gerade zu einem Zeitpunkt, wo Rettungspakete für die deutsche und europäische Wirtschaft das Geschehen bestimmen. Daher möchte ich nun unsere Gäste kurz vorstellen, die die Berliner Bühne mit Niedersachsen, wie wir finden, gut verbinden. Da ist zunächst Frau Professor Claudia Kempfert. Sie ist nämlich gebürtige Niedersächsin und seit 2004 Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie lehrt an der Berliner Hertie School of Governance Energieökonomie und Nachhaltigkeit und ist, wenn ich das sagen darf, einer breiteren Öffentlichkeit auch bekannt durch viele Auftritte in Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt, zum Beispiel als Gast von Talkshows, wo sie regelmäßig zu Umwelt- und energiepolitischen Fragestellungen kommt. Dann haben wir bei uns Dr. Matthias Miersch. Er ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Hannover Land II, so heißt das korrekt, glaube ich, das ist die Gegend südlich von Hannover. Er war von 2009 bis 2017 umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und seit Dezember 2017 ist er nun stellvertretender Vorsitzender der Fraktion für die Bereiche unter anderem Umwelt, Energie, Naturschutz und Landwirtschaft. Unser Panel ergänzt Johannes Grabbe. Er ist Politikwissenschaftler und arbeitet hier in Hannover beim Deutschen Gewerkschaftsbund als Abteilungsleiter für Wirtschafts-, Umwelt- und Europapolitik. Und zwar für den Bezirk, den DGB-Bezirk Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Und als Moderatorin wird uns durch den Abend führen Cosima Schmidt, Redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich mache jetzt im wahrsten Sinne des Wortes per Umbaumaßnahme den Weg frei für unser Panel und hoffe auf einen erkenntnisbringenden Abend und eine gute Diskussion. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. An dieser Stelle möchte ich übernehmen. Ich freue mich sehr, dass wir tatsächlich trotz der Lage, wie sie nun mal ist, hier in einer Runde zusammensitzen. Wir haben übrigens genau abgemessen, es sind immer anderthalb Meter Abstand zwischen uns. Es steht keine Gefahr, dass hier jetzt irgendetwas passiert, was über eine hitzige Diskussion hinausgeht. Ich freue mich, dass wir dieses Thema anpacken und ich freue mich auch, dass wir es gerade jetzt anpacken. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte das Gefühl, es gab eine Weile, wo das Thema Energiewende und Klimaschutz sehr viele Leute bewegt hat, gerade junge Leute auf die Straße gebracht hat. Dann kam Corona und es ist teilweise ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber andere sagen, wann, wenn nicht jetzt sollen wir die Energiewende anpacken? Es ändert sich gerade so viel in der Gesellschaft. Es werden Industriezweige, der stehen vom Ruin. Andere können vielleicht jetzt gerade groß werden. Es wird sehr viel Geld zum Fördern von verschiedenen Dingen ausgegeben. Und warum verbinden wir das nicht und nutzen diese einmalige Chance, dass wir jetzt wirklich auch die Energiewende so engagiert vorantreiben können wie möglich. Ob das dann auch wirklich geschieht, das wird auch ein Thema heute Abend sein. Ich möchte jetzt gar nicht lange reden, sondern ich freue mich, dass wir dieses Thema aus verschiedenen Facetten beleuchten können und möchte tatsächlich erst mal das Wort geben aus Sicht der Wissenschaft. Was, wo stehen wir hier gerade mit den erneuerbaren Energien und was sind so die heißen Diskussionen, die uns jetzt momentan begleiten? Ja, ich würde sagen, die heißeste Diskussion, die uns im Moment begleitet, ist einmal, dass wir einen Kohleausstieg beschlossen haben in Deutschland. Endlich überfällig, teuer und kommt zu spät, aber nichtsdestotrotz, endlich findet ein Kohleausstieg statt und endlich wird dies auch angepackt. Es ist leider so, dass die Empfehlungen der Kohlekommission eben nicht eins zu eins umgesetzt wurden. Es gab es viele Abstriche, darüber kann man diskutieren. Ich hätte mir gewünscht, man hätte auf die Inbetriebnahme von DATIN 4 eines neuen Kohlekraftwerks verzichtet, gerade vor dem Hintergrund, dass es auch ein falsches Signal ist, wir wollen aus der Kohle aussteigen und nehmen ein neues Kraftwerk in Betrieb und zweitens, dass man den Ausstieg früher gemacht hätte, dass man auch Kohlekapazitäten früher vom Netz nimmt, um damit auch mehr Spielraum nach hinten zu haben. Aber sei es drum, darüber können wir heute diskutieren. Das Thema, das Kapitel wird beschlossen. Es wird nicht befriedet, weil es wird noch mehr Diskussionen geben und auch die Jugend wird weiter demonstrieren, aber dennoch kann man sagen, hier geht es nach vorne. Jetzt würde ich aber gerne sagen, wie ist es denn mit dem Einstieg? Jetzt geht die Energiewende aus meiner Sicht richtig los. Wir haben ja erst die ersten Meter geschafft, die nächsten Kilometer sind noch vor uns. Der Anteil der erneuerbaren Energien muss deutlich, deutlich ausgebaut werden und jetzt im Rahmen der Corona-Krise ist es ja gelungen, auch ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen, was zumindest, also wenn man richtig rechnet, ungefähr 38 Prozent der Summe, die dort zur Verfügung gestellt wird, auch für grüne Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Auch das hätte man deutlich mehr oder mehr machen können, aber wenn man mal so im internationalen Vergleich schaut, ist es gar nicht so schlecht, weil der EU-Green Deal, den wir jetzt diskutieren, der hat ungefähr 25 Prozent. Da wird immer noch Geld gegeben für fossile Infrastruktur, aber grundsätzlich geht es mal so in kleinen Schritten in die richtige Richtung. Wir geben Geld auch für den Schienenverkehr, für den ÖPNV, sind enorme wirtschaftliche Chancen dahinter, wenn Klimaschutz auch klug umgesetzt wird und wenn wir eben auch eine sozial-ökologische Transformation umsetzen wollen mit all seinen Facetten. Also da würde ich mal sagen, stehen wir im Moment, es ist so ein Schlaglicht, Corona-Krise, aber Schritte in die richtige Richtung. Jetzt muss deutlich mehr passieren und vor allen Dingen ein deutlich schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben eine ganze Reihe von Stichworten schon genannt. Ich möchte eines herauspicken, Herr Miersch, Frau Kempfert sagte eben, wir haben endlich einen Kohleausstieg. Es gibt auch viele Leute, die sagen, warum eigentlich erst so spät? Ginge das nicht deutlich früher und wäre das nicht viel sinnvoller, schon viel früher auszusteigen? Also das ist ja eine spannende Frage und eine zentrale Frage und ich will am Anfang auch sagen, wir haben in der letzten Woche ja erlebt, ich hier ganz persönlich auch in Hannover, dass ganz aufgeheizt wieder diskutiert worden ist und sehr polarisierend. Als jemand, der sowohl in der Lausitz gewesen ist, im mittelrheinischen Revier, aber auch mit Fridays for Future, Umweltverbänden etc. diskutiert hat und beratendes Mitglied der Kohlekommission gewesen ist, sage ich, das, was wir da am Freitag entschieden haben, ist ein wirklicher Meilenstein, weil wir das erste Mal gesetzgeberisch festgelegt haben, einen Ausstiegspfad und ich widerspreche Claudia Kempfert ungerne, aber ich widerspreche ihr vehement, denn der Pfad, der abgebildet ist, also wie viel Kohlekapazitäten stellen wir 22 bereits ab, wie viel stellen wir 2030 ab und wie verhalten wir es mit den letzten Kraftwerken 2038 mit der Option auf 35. Genau diese Vorgaben haben die Mitglieder der Kohlekommission, was die Gigawattzahlen angeht, genauso vorgesehen. Aber letztlich stimmt auch, alles wäre wünschenswert. Ich sage aber, wenn Wissenschaftler heute sagen, naja, das ist viel zu langsam, guckt mal, was Frankreich macht, was Schweden macht, was Belgien macht, dann kann ich nur sagen, Leute, so einfach ist die Welt nicht, denn diese Länder setzen weiter auf Atomkraft und Deutschland hat leider in den letzten Jahrzehnten, man kann dazu stehen, wie man will, aber es ist so, einen sehr hohen Kohleanteil. Das heißt, jetzt geht es los, der Rahmen ist da und nichts ist in Stein gemeißelt. Wir können meinetwegen auf 25 aussteigen, wenn die Themen Versorgungssicherheit etc. gewährleistet sind. So einfach wird es aber nicht sein und deswegen ist dieses Thema heute so wichtig, denn es geht jetzt um den Einstieg und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schaffen, dann können wir möglicherweise auch uns diesen Kurs, der jetzt gesetzgeberisch festgelegt ist, uns nicht leisten und deswegen, da muss es jetzt nach vorne gehen. Gesetzgeberisch haben wir, finde ich, als eines der wenigen hochindustrialisierten Länder sowohl den Ausstieg jetzt aus Atomkraft gesetzlich fixiert, wie auch aus Kohle. Können Sie nochmal, da würde ich ganz gerne an einem Punkt wirklich widersprechen, weil es ist tatsächlich so, dass die Kohlekommission ja auch und wir haben dazu auch Studien gemacht, andere auch, ja explizit auch nochmal deutlich gemacht hat, wenn der Braunkohleausstieg so spät kommt, dass wir tatsächlich dieses CO2-Budget oder auch das Klimabudget, was wir haben, nicht werden erreichen können, weil da wäre es darum gegangen, dass man auch frühzeitiger, auch bei der Braunkohlekapazitäten runterfährt und eben nicht alles so spät nach hinten verschiebt. Und das ist ein Teil des Problems. Und der zweite ist eben auch, die Entschädigungszahlungen sind doch extrem üppig. Also insofern, ich verstehe das alles im politischen Prozess, muss man da viele Kompromisse machen, aber das Klimabudget wird damit tatsächlich nicht erreicht. An diesem Punkt möchte ich anhaken. Herr Milch, ist es denn so, dass Sie jetzt aus voller Überzeugung sagen, ja, das ist jetzt wirklich was Gutes, was wir beschlossen haben, oder ist es das, was man eben im Rahmen einer Koalition als Kompromiss finden kann für den Kohleausstieg? Das ist genau der zentrale Punkt. Ich finde es völlig legitim, wenn Fridays for Future sagt, das reicht uns nicht. Ich finde es auch völlig legitim, wenn Claudia Kempfert sagt, das reicht mir nicht. Aber ich muss aus der gegebenen Situation, die wir augenblicklich haben im Deutschen Bundestag, und man kann sich daran erinnern, Jamaika ist an den ersten Jahren Kohleabschaltung bereits gescheitert. Vor diesem Hintergrund, in einem riesen Abstimmungsprozess zwischen Umweltverbänden, Gewerkschaften, Industrie, die alle dort saßen, und die im Übrigen, Frau Kempfert, gesagt haben, wir wollen im Bereich Braunkohle eine Verhandlungslösung. Das heißt, das, was die Bundesregierung gemacht hat, zu verhandeln, auch mit im Zweifel Entschädigungszahlungen, das wollte die Kommission. Ob die Höhe gerechtfertigt ist, wird der Deutsche Bundestag im September nochmal sehr aufmerksam auch diskutieren. Aber die Braunkohle-Pfade, auch von den Gigawatt-Zahlen, die ich eben dargestellt habe, sind so dargelegt. Und man hat natürlich das geografische Problem, denn es ist nicht nur der Diskurs der gesellschaftlichen Gruppen, sondern wir haben ein Ost-West-Thema dort gehabt, das heißt, die Bundesländer mussten alle im Boot sein. Und dass uns das gelungen ist, das, glaube ich, ist ein richtiges und wichtiges Fundament. Wir werden diesen riesen Transformationsprozess niemals im Rahmen einer polarisierten Debatte schaffen. Das ist der sozialdemokratische Ansatz, glaube ich, dass es nur miteinander geht. Ich sage aber auch, Leute, es gibt überhaupt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, sondern wir müssen jetzt richtig loslegen. Wir müssen jetzt das erneuerbare Zeitalter völlig anders beginnen, als die letzten Jahre gelaufen sind. Deswegen bin ich froh, dass wir den Solardeckel aufgehoben haben bei der Windabstandsregel, obwohl es schon vereinbart war, es durchgesetzt haben. Das schreibe ich mir selbst auf die Fahnen, dass es eben keine bundesweite Abstandsregel gibt. Aber wir müssen jetzt, und in Niedersachsen ist prädestiniert dafür, wirklich diesen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien schaffen. Niedersachsen ist das Stichwort. Herr Grabber, wie ist die Lage in Niedersachsen und was haben sich die Gewerkschaften für Gedanken gemacht, wie man hier die Energiewende vorantreiben könnte? Ja, also Niedersachsen, auch vor dem Hintergrund jetzt der Kohlediskussion, das ist ja eine spannende Diskussion, aber es ist ja eben auch schon gefallen. Die Diskussion wird dann für Niedersachsen richtig spannend, wenn wir über den Ausbau der erneuerbaren Energien sprechen, weil das ist sicherlich ein Feld, wo Niedersachsen auch eine ganz hohe Verantwortung hat. Niedersachsen hat verschiedenste Potenziale. Niedersachsen ist Flächenland. Flächen spielen eine immense Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Niedersachsen ist Küstenland. Das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man den Bereich Offshore anguckt, Offshore-Windenergie. Niedersachsen ist aber auch Agrarland, also hat auch Potenziale bei der Biomasse. Klar ist aber auch, diese Potenziale für die erneuerbaren Energien können in Niedersachsen nur gehoben werden, wenn dementsprechend auch politischer Rückenwind da ist und die Rahmenbedingungen stimmen. Und wenn wir gerade uns den Bereich Windenergie angucken, dann wissen wir, dass wir da enorme Probleme haben und auch gerade in den letzten Jahren hatten. Das ist übrigens auch für uns Gewerkschaften ein großes Problem. Wenn man sich anguckt, dass das eine florierende Industrie, wo es deutlicher Beschäftigungsausbau gab, allein im Jahr 2017 25.000 Arbeitsplätze verloren hat, dann ist das ein beschäftigungspolitisches Problem. Und wenn wir gleichzeitig aus anderen Energieträgern aussteigen, aber dann dort, wo wir die neuen Industrien aufbauen wollen, diese gleichzeitig an die Wand fahren letztlich, dann ist das auch nicht vermittelbar. Dann sind wir auch bei der ganzen Problematik der Akzeptanz. Also von daher gibt es da für Niedersachsen verschiedene Verantwortung, auch verschiedene Potenziale der erneuerbaren Energien. Aber, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, wir sind auch ein bedeutender Industriestandort. Also auch dort, wir haben auch Energiebedarfe. Und das in Einklang zu bringen, da gibt es viele Möglichkeiten und da spielt Niedersachsen eine große Rolle. Ich möchte mal ein bisschen sortieren, die verschiedenen Stichwörter, die jetzt schon gefallen sind. Wir sprachen eben über Windenergie, wir sprachen über den Energiebedarf der Wirtschaft, über die Lage in Niedersachsen. Bleiben wir kurz zumindest bei diesem Thema Windenergie. Man hat ja im Moment das Gefühl, es ist extrem schwer, irgendwo noch ein Windrad hinzustellen, obwohl eigentlich abstrakt jeder weiß, wir bräuchten viel mehr von den Dingern, gerade in Niedersachsen. Was hat man denn bisher gelernt, wie man das schafft, dass man doch nochmal die Windparks aufstellt? Vielleicht nicht unbedingt im Wald, war ja auch ein Vorschlag, der hier diskutiert wird in Niedersachsen. Was kann man denn da machen, dass da die Akzeptanz höher wird? Ja, also aus der Forschung wissen wir, dass die Akzeptanz dann steigt, wenn die Bürger beteiligt sind und wenn sie auch finanzielle Vorteile haben. Und gerade diese finanzielle Beteiligung ist ein Dreh- und Angelpunkt. Und das zeigt sich an Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, die solche Modelle gewählt haben, dass die Akzeptanz groß ist. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt Kritiker irgendwie aufkaufen will, darum geht es nicht, sondern man will wirklich Optionen anbieten, dass zum Beispiel auch eine Kommune, die jetzt Windanlagen ausbaut, auch Flächen dafür gibt, auch selber etwas davon hat, durch billigen Strom, durch direkte Beteiligung und auch die Möglichkeit, finanziell dasselbe ausgleichen zu können. Es gibt verschiedene Modelle, wie man solche finanziellen Beteiligungsmodelle ausbauen kann. Aber das ist der ganz, ganz große Punkt. Und sicherlich ist es so, dass es viel Streit auch oft gibt. Es ist aber immer so, auch wenn eine Autobahn gebaut wird oder irgendwo, gibt es viele Einsprüche. Es wird sehr stark stilisiert bei der Windenergie. Wenn man sich mal anschaut, die Umfragewerte, ist es so, dass über 80 Prozent der Menschen auch in Regionen, die viel Windenergie haben, für einen Ausbau sind. Aber diejenigen, die das nicht wollen, sind wahnsinnig laut und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt orchestrierte Kampagnen, die auch tatsächlich zum Ziel haben, den Eindruck zu erwecken, die Gegner sind riesenviele und ständig nur überall dagegen. Wenn man bundesweit schaut, wie viele Kommunen es gibt, auch mit 100 Prozent erneuerbar, würde man staunen, wenn man darüber auch mal in der Intensität berichten würde. Es ist keine Medienschelte in der Reform, wie man auch entsprechend darüber berichtet, wie jetzt Gegner da auch auf die Straße gehen, die immer auch eine Kamera bekommen. Das verstehe ich. Würden Sie sich da eine offensivere Politik wünschen, dass tatsächlich im Meer das vorangetrieben wird und man sich eben nicht einschüchtern lässt oder beeindrucken lässt, nennen wir es mal so, von einzelnen Kampagnen gegen Windenergie? Absolut, das ist das eine und auch dafür werben. Ich wünsche mir eine sehr viel positivere Politik, die auch Geschichten erzählt und sagt, wie toll das funktionieren kann und nicht immer nur das Negative. Und jetzt im Moment waren wir jetzt Jahrzehnte mit dem Ausstieg beschäftigt, Atomkohle, jetzt müssen wir mal darüber reden, wo wir eigentlich hinwollen. Wir brauchen positive Geschichten, auch über die Kommunen, die wirklich das können und auch Dinge umsetzen und da auch mal Erfolgsstories zu berichten und auch eine Geschichte auch mal zu erzählen. Mir fehlt das in der Politik total, weil immer nur über diese negativen Dinge berichtet wird und man immer so ein Krisenmanagement, man rennt immer nur noch von einer Krise zur nächsten und wälzt Probleme. Das verstehe ich alles. Aber mir fehlt es tatsächlich, dass man auch eine Vision entwickelt, wo wir gemeinschaftlich hinwollen und dann auch dafür werben muss, dass viele Dinge umgesetzt werden können. Wobei ich das Gefühl hatte, dass es diese Vision, wo wir hinwollen mit der Energiewende mal mehr gab, als es sie jetzt gibt und es wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten wird. Ich möchte aber zum Thema Windenergie noch zwei Nachfragen stellen und dann möchte ich gerne zu einem anderen neuen Rockstar der Energiewende kommen. Dazu gleich mehr. Ich erwähnte eben schon oder Sie erwähnten viel mehr, es hat sich ja was getan. Also es gibt jetzt nicht mehr diese verbindliche Vorgabe, dass jedes Bundesland diese 1000 Meter Abstandsregel haben muss, sondern die einzelnen Bundesländer können es selber entscheiden, etwas salopp formuliert. Ist das jetzt eigentlich ein Vorteil oder führt das jetzt nur dazu, dass man einfach sagt, okay Bundesländer, dann schlagt ihr euch die Köpfe ein, was ihr da für eine Regelung findet? Oder braucht man diese Mindestabstände überhaupt nicht und sollte lieber vor Ort mal in den Kommunen gucken, was da eine gute Lösung wäre? Also als jemand, der anderthalb Jahre gegen diese Bundesabstandsregeln gekämpft hat und weiß, was einige CDU-CSU-Politiker eigentlich vorhatten, nämlich ab einem Gehöft sozusagen diese 1000 Meter gelten zu lassen, dann hätten wir nahezu alle Potenzialflächen in Deutschland kaputt gemacht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass die Bundesländer jetzt die Hoheit haben. Im Übrigen, wir haben das Bundesemissionsschutzrecht, wir haben eine sogenannte TA-Lärm, die setzen schon bestimmte Abstände voraus. Wir haben allerdings auch grün regierte Länder, die Windabstandsregeln haben, die aus meiner Sicht nicht geeignet sind. Deswegen hoffe ich, dass wir ein bisschen auch ein Wettbewerb der Bundesländer jetzt untereinander bekommen. Ich sage immer, Bayern mit der restriktiven Regeln, BMW kann auch nach Niedersachsen kommen, auch wenn die VW, wir haben VW und wir schätzen VW, aber die Produktion kann auch im Norden stattfinden, da wo Wind erzeugt wird und der Söder soll sich warm anziehen, wenn er weiter Erneuerbare auf diese Art und Weise kaputt macht. Aber die Windabstandsregeln sind nur ein ganz kleines Problem. Claudia Kempfert hat zu Recht daran angesprochen, wir brauchen aktive Anreize. Ich habe am Anfang des Jahres ein sogenanntes Windbürgergeld vorgeschlagen. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich angegriffen wurde, dass ich Menschen kaufen will. Wenn wir aber heute eine Autobahn beispielsweise neu bauen, entschädigen wir auch Menschen und wir schützen sie durch entsprechende Lärmschutzmaßnahmen. Darf ich Sie unterbrechen? Was genau ist mit dem Windbürgergeld gemeint? Wer kriegt da wo für Geld? Das ist jetzt etwas, wir sind nämlich schon weiter. Es gibt einen Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums, wo unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten vorhanden sind. Also einmal, dass eine Kommune sich direkt beteiligen kann. Claudia Kempfert hat zu Recht darauf hingewiesen. Wir haben bereits in Mecklenburg-Vorpommern solche Modelle, dass zum Beispiel ein Betreiber, eine Kommune fragen muss, ob sie sich beteiligt in einem Konsortium, in einer Gesellschaft. Wir haben aber auch die Möglichkeit, so sieht es das Gesetz vor, dass Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel, die einen Windpark dulden, in Stromtarifen entlastet werden. Also eine vielfältige fünf Mosaiksteine und ich glaube, das ist auch richtig, weil man das von Bundesebene nicht vorgeben kann. Die klassische Lösung sollen die vor Ort auch entwickeln. Das ist ein Punkt, also Anreize zu schaffen. Der zweite wichtige Punkt ist, und das werden wir hoffentlich im Herbst klären, auch in dieser großen Koalition. Wir haben ein Problem, dass wir teilweise Rechtswegstreitigkeiten, Gerichtsverfahren haben, die uferlos sind. Und bis hin zur Spitze, dass bestimmte Organisationen, die gar nicht vor Ort tätig sind, aber die Klageverfahren führen. Und da werden wir gucken müssen, meines Erachtens brauchen wir eine größtmögliche Transparenz am Anfang. Viele Bürgerinnen und Bürger sind von Planungen überrascht und dann gibt es Widerstand. Da muss viel mehr Transparenz her. Aber dann die späteren Möglichkeiten, das zu verhindern, das geht nicht, dass das über Jahre sich ziehen kann. Und deswegen müssen wir uns da Gedanken machen. Und das Thema Arten und Naturschutz, das ist für Umweltverbände, die heute nicht da sind, ein schwieriges Thema. Aber manchmal, also ketzerisch, ich sage es hier trotzdem, wenn der Rotmilan überall da vorkäme, wo er in Klageschriften bezeichnet wird, wo er angeblich vorkommt, dann wäre er nicht mehr auf der roten Liste, sondern würde wie der Sperling durch Deutschland fliegen. Insofern muss man einfach auch hier gucken, da sitzen die Länderumweltminister gerade dran, dass sie versuchen, standardisiert diesen Arten- und Naturschutz für Deutschland zu konzipieren. Auch das muss in die sogenannte Erneuerbare-Energien-Novelle, die wir hoffentlich im Herbst verabschieden. Wir könnten jetzt noch sehr lange an diesem Thema bleiben, aber wir haben noch so viele andere in dem Bereich Erneuerbare-Energien. Deshalb möchte ich jetzt hinüberschwenken zu dem, was gerade, ich erwähnte eben den Begriff Rockstar der Energiewende, der stammt von Franz Timmermans aus der EU-Kommission, gehandhabt wird, und zwar der grüne Wasserstoff. Also es gab da ja vor zwei Wochen ungefähr in Deutschland schon einen nationalen Aktionsplan dazu oder ein Strategiepapier. Und jetzt sagt die EU, wir wollen das auch massiv fördern, unterstützen, grünen Wasserstoff. Was ist das für ein Plan? Ist das eine gute Idee? Und was kann man damit erreichen, was man bisher mit anderen Energieformen nicht erreichen kann? Gerne an Johannes Grabbe. Ja, grüner Wasserstoff spielt natürlich eine große Rolle im ganzen Bereich der Energiewende. Grüner Wasserstoff oder Wasserstoff lässt sich vor allem mal da einsetzen, wo man mit Strom nicht arbeiten kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich der industriellen, der Stahlerzeugung zum Beispiel, können wir gut Wasserstoff einsetzen, können damit CO2-neutral, also grünen Stahl produzieren, übrigens auch in Niedersachsen. Und dadurch können wir dann industrielle Produktion auch hier in Deutschland oder in Niedersachsen halten. Wasserstoff kann man einsetzen im Schwerlastverkehr. Wir haben den ersten Wasserstoffzug hier in Niedersachsen gebaut, in Salzgitter, und das Land Niedersachsen hat sich gerade verpflichtet, auf nicht elektrifizierten Strecken, also da, wo man mit Strom nicht die Züge betreiben kann, dann nur noch Wasserstoffzüge einzusetzen. In der Schifffahrt, wir haben Werften in Niedersachsen, in der Schifffahrt gibt es große Potenziale für den Wasserstoff. Also von daher, erneuerbaren Energien in Wasserstoff umzuwandeln und sie dann einzusetzen, macht in vielen, vielen Prozessen sehr viel Sinn. Und wir haben hier viele Möglichkeiten in Niedersachsen dazu, weil wir viel erneuerbare Energien haben können. Aber... Aber das heißt auch, wir brauchen noch mehr erneuerbare Energien in Niedersachsen, um daraus eben diesen Wasserstoff gewinnen zu können. Deswegen ist für uns auch, es gibt auch eine norddeutsche Wasserstoffstrategie, eine nationale Wasserstoffstrategie, das ist für uns in Niedersachsen natürlich alles sehr wichtig, auch gerade um Wertschöpfungsketten hier zu halten und die Produktionen auch hier zu halten. Das ist, das sind, wenn wir das klug machen, haben wir da auch einen enormen Wettbewerbsvorteil, auch international. Aber man muss auch bei dem ganzen Thema Wasserstoff sagen, das Ganze, wir haben dann auch einen sehr hohen Bedarf an grünen Wasserstoff. Also es wird auch um Importe gehen von Wasserstoff. Aber auch der Bedarf an erneuerbaren Energien wird dabei so hoch sein, dass wir jetzt auch sehen müssen, dass wir dann einen sehr schnellen Zubau haben. Wenn wir nur Wasserstoff einsetzen, der aber nicht aus erneuerbaren Energien hergestellt ist, dann haben wir da mit Zitronen gehandelt. In welchem Zeitrahmen reden wir denn? Wann wäre es realistisch, dass man zum Beispiel die niedersächsische Stahlindustrie komplett mit grünem Wasserstoff am Leben hält? Also ich weiß, dass in Salzgitter zum Beispiel schon intensiv an dem Thema gearbeitet wird. Das Thema ist jetzt nicht völlig neu. Und wir haben dort sicherlich gute Möglichkeiten, auch zeitnah weiterzukommen. Deswegen ist es ja ganz wichtig, dass wir zum Beispiel diese Reallabore nach Niedersachsen bekommen, dass wir dann dementsprechende Elektrolyseeinrichtungen hier haben. Also dass dieser Ausbau jetzt mit diesen, auch mit den Wasserstoffstrategien, die jetzt vorliegen, vorangetrieben werden, ist eigentlich genau richtig, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann werden wir da auch schon zeitnah Erfolge sehen können. Frau Kämpfer dazu. Ja, also viele Punkte dazu, weil Wasserstoff ist der Champagner der Energieträger. Wir brauchen sehr viel Energie, um überhaupt Wasserstoff herzustellen. Und der Wasserstoff muss in der Tat mit erneuerbaren Energien gewonnen werden. Also ein Beispiel, wenn jetzt auch in der Mobilität davon geträumt wird, Wasserstoff ist das neue Öl. Jeder SUV fährt plötzlich mit Wasserstoff. Sie müssen einfach sich vor Augen führen bei der Herstellung von Wasserstoff. Verlieren Sie erstmal bei der Herstellung drei bis fünfmal so viel Energie. Wenn Sie ihn dann noch nutzen, ist der Wirkungsgrad bei 20 Prozent. Das heißt, in der Zwischenzeit sind 70 bis 80 Prozent der Energie verloren gegangen. Das ist verkraftbar in Prozesse, wo wir tatsächlich keine Alternativen haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit der Maxime Erneuerbare und Efficiency First rangehen. Also überall da erneuerbaren Strom sofort nutzen, wo es geht. In der Elektromobilität, im Schienenverkehr, in der Wärmepumpe, überall wo Strom geht und auch nicht eben verschwenderisch damit umgegangen wird, sofort nutzen. Aber die Umwandlungsprozesse sind so energieintensiv, dass es sehr, sehr teuer ist und sehr aufwendig und man das nicht auch kostenmäßig nicht abdecken kann, wenn man jetzt davon träumt, das jetzt in einem SUV einzusetzen, weil das ist tatsächlich nicht das Ziel. Wobei es ja gezielt für diese Bereiche verwendet werden soll, die eben nicht anderweitig sind. Stahlindustrie, Schifffahrt und ähnliche Flugzeuge. Genau. Stahlindustrie, Flugzeuge und da kann man auch Booten einführen. Und im Übrigen, wenn Sie schon über Zeiträume reden, die Wasserstoffgesellschaft, ich bin jetzt ein bisschen älter, war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts das Thema schlechthin. Woher kommt das? Das kommt aus den Ländern, die wahnsinnig viel Atomenergie nutzen. Die wissen nicht, wohin mit ihrem Strom, auch in der Nacht. Dann kommt diese Wasserstoffwelt, Japan hat da drauf gesetzt, aber auch nicht so erfolgreich. Sie brauchen dafür eine neue Infrastruktur. Sie brauchen dafür auch entsprechende Kapazitäten und sie brauchen auch die Lagermöglichkeiten. Das heißt, es gibt zwei Dinge, die ich jetzt für Niedersachsen interessant finde und da würde ich mir auch wünschen, dass das kommt. Das ist einerseits, wenn die Offshore-Windenergie genutzt wird und auch überschüssiger Strom da ist, anstelle die Anlagen runterzufahren, anstelle immer jetzt noch 50.000 neue Strommasten irgendwo zu fordern, besser Wasserstoffelektrolyse gleich ranschalten. Die wollen das im Übrigen auch die Offshore-Windenergiebetreiber. Dafür fehlt die Regulierung und die Rahmenbedingungen. Das ist Schritt eins. Und dann dieser Wasserstoff, dafür dann auch eine Infrastruktur zu bauen. Gerne auch ein Wasserstoffterminal in Wilhelmshaven. Im Übrigen, schönes Thema. Jetzt lege ich meinen Finger in die Wunde. Statt LNG, bitte schön gleich Wasserstoff, weil dann können wir uns auch Trump vom Hals halten. Weil der will ja unbedingt LNG-Terminals bauen und überschüttet uns mit Sanktionen. Geht mal gleich von diesem Plan weg, gleich in Richtung Wasserstoff und dann gerne nutzen für die Stahlherstellung, weil in der Tat dafür braucht man so viel Strom, dass das schwer innerhalb Deutschlands darstellbar ist. Da geht man jetzt auf Szenarien mit Nordafrika oder Solarenergie. Aber auch das muss ausgebaut werden. Wir sprechen ja über Jahrzehnte und mir ist das alles zu schnell, dass auf einmal so eine Euphorie mit Rockstar und was auch immer alles plötzlich kommt. Wohlwissend, dass diejenigen, die das so stark propagieren, eigentlich nicht grünen Wasserstoff im Sinn haben. Das mal deutlich zu sagen. Hier geht es plötzlich um Grauen, um Weißen, um Blauen, um Türkisen und die ganze Farbpalette dieses Raums wird da plötzlich aufgelistet. Was man den Leuten erklären muss, hier geht es um aus Erdgas gewonnenem Wasserstoff, aus Öl gewonnenem Wasserstoff, hier geht es um aus Kohle gewonnenem Wasserstoff. Wenn man das macht, ist man mit den Pariser Klimazielen ganz weit weg. Da sind wir in acht bis zehn Grad Szenarien, weil das so viel Emissionen verursacht und davor warne ich, dass man diesen Champagner nicht schön redet und eigentlich was ganz anderes. Wir möchten natürlich in unserer Diskussion nur den Champagner, der wirklich grün ist oder sagen wir mal die Waldmeisterschorle, die wirklich grün ist. Herr Miersch, ich habe Sie gelegentlich nicken, sehen, was ist der grüne Wasserstoff? Ist es jetzt der Klimaretter, der Wachstumsmotor oder eine möglicherweise überschätzte, noch nicht ganz ausgereifte Technologie? Also ich habe den Eindruck, dass diese Gesellschaft immer nach einfachen Antworten natürlich lächzt. Und das, was wir eben gesagt haben, von den Umfragen her sind 80 Prozent für Klimaschutz, 80 Prozent wahrscheinlich auch noch für einen schnelleren Kohleausstieg. Aber die spannende Frage ist, wie setzen wir es um? Und dann kommt plötzlich Wasserstoff als die eierlegende Wollmilchsau, mit der wir irgendwie alle Probleme lösen können. Und davor warne ich, weil es ist eben so, es sind viele Leute unterwegs, die nicht die Frage stellen, wie soll denn dieser Wasserstoff produziert werden? Und Wasserstoff ist nur für das Klima gut und auch nachhaltig, wenn er tatsächlich aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und da haben wir das Effizienzthema, weil wir natürlich einen riesen Energieeinsatz auch an Erneuerbaren für den Umwandlungsprozess brauchen. Und deswegen glaube ich, dass Wasserstoff ein Baustein ist, ein Baustein im zukünftigen Energiesystem, weil es uns ermöglicht, zum Beispiel ein Unternehmen wie Dow Chemical in Stade, einen Energiebedarf von ganz Hamburg. Das kann ich nicht mit volontären Energieträgern machen, sondern da brauche ich Speicherung. Und insofern sind das Dinge, Stahlindustrie ist genannt worden, wo wir Wasserstoff für einsetzen müssen. Aber wir müssen dann eben auch sagen, womit produzieren wir ihn? Und das Thema, was letztlich, ich will das hier auch an dieser Stelle einfach nochmal offen ansprechen, was eben so nebenbei gefallen ist, wir werden uns auch die Frage der Effizienz wirklich stellen müssen. Also das große Elektrofahrzeug, was unheimlich viel Energie verbraucht, ist per se nicht klimafreundlich, sondern wir werden mit unseren Energieträgern, die wir haben, mit den Erneuerbaren, sehr sorgfältig umgehen müssen. Und deswegen werden wir uns fragen müssen, das ist eine Debatte, die ich leidenschaftlich im Moment auch mit den IG Metallern natürlich diskutiere. Wir werden aber diese Frage, und da kommt dann wieder die Umfrage, alle sind für Klimaschutz, aber wir sehen, dass der Absatz von SUVs in die Höhe schnellt. Das heißt, das Kaufverhalten ist eben gerade nicht so. Und warum verbietet man die SUVs nicht einfach? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also ich bin manchmal, weil Autos die gewisse Grenzwerte überstreiten. Ich glaube, wir haben inzwischen eine CO2-Bepreisung, beziehungsweise auch eine Grenzwertregelung, die durchaus ordnungsrechtlich wirkt. Da gibt es noch Verrechnungsmodelle, aber am Ende glaube ich schon, dass diese Gesellschaft eben überlegen muss, welchen Rahmen setzen wir. Ich will nun nicht alles durch Verbote regeln, aber wenn wir die Effizienz uns nicht vornehmen, und da haben wir gute Beispiele, dass wir im Ordnungsrecht eben weiterkommen. Also beispielsweise, indem wir ein ganz kleines Beispiel den Waschmaschinenherstellern sagen, das ist das zurzeit effizienteste Markt existierende Modell. Und ihr habt jetzt zwei Jahre Zeit, euch darauf einzurichten. Wenn ihr das nicht schafft, das ist der sogenannte Top-Runner-Ansatz, fliegt ihr vom Markt. Wir sehen plötzlich, dass damit Innovationen ausgelöst werden können. Und solche Modelle, glaube ich, brauchen wir. Das heißt, Wasserstoff löst nicht unsere Probleme, sondern es ist ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil, und ich freue mich, habe dafür sehr auch mit Olaf Scholz und anderen gekämpft, dass wir Milliarden für die Wasserstoffstrategie im Konjunkturpaket auch haben. Das, finde ich, muss jetzt Niedersachsen auch heben, diese Potenziale. Johannes Graber hat eben schon gesagt, das Thema Reallabore, da wünsche ich mir, dass die niedersächsische Landesregierung massiv wirbt, dass das hier stattfindet, weil wir hier eben die Offshore-Technologie haben, wo wir richtig viel mitmachen können, sogar Speicherkapazitäten haben, Kavernen, die wir nutzen können, Gasinfrastruktur, die möglicherweise nutzbar ist. Also ganz, ganz spannendes Terrain. Aber es ist eben nicht alles. Ich möchte gerne zwei Ansätze aus dem, was Sie gesagt haben, vertiefen. Das eine geht eher in eine gesellschaftlich, ich will nicht sagen philosophische, aber doch in eine E-Meter-Ebene, ist die Frage der SUVs und dieses immer schneller, höher, weiter. Brauchen wir so etwas wie ein gesellschaftliches Umdenken auch, dass wir schonend damit Ressourcen umgehen und schon damit Energie umgehen, damit wir eben diesen Energiebedarf irgendwann komplett aus Erneuerbaren bestreiten können? Die Frage, wie wir mit Natur umgehen, ist, glaube ich, schon eine Zentrale. Im Übrigen ja nicht nur im Bereich der Energie, sondern im Bereich des Artenschutzes beispielsweise. Wir sehen das in Niedersachsen, welche agrarpolitischen Probleme wir haben, wenn es beispielsweise um Trinkwasser geht, weil wir eine Intensivtierhaltung an bestimmten Stellen so mannigfach haben, dass das schlichtweg Natur überfordert. Und dennoch sage ich all denen, die leichtfertig oder die einfach sagen, ihr Politiker, ihr müsst eben dafür sorgen, dass das und das passiert. Wir haben, wenn wir diese Runde verlassen, ganz viele Interessen. Und alleine das Thema für die Sozialdemokratie, wir sind bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, dieses gesellschaftspolitischen Diskurs, das wir alle mitnehmen müssen oder viele jedenfalls in dieser Gesellschaft, weil wir möglicherweise sonst das erleben, was wir in Amerika erlebt haben. Viele Leute, Industriearbeiter, die sich im Stich gelassen fühlten und plötzlich einen Präsidenten gewählt haben, der das erste, als erste Amtshandlung die Kündigung des Pariser Klimaschutzabkommens gemacht hat. Deswegen sage ich, wir müssen da überzeugen. Wir haben im Moment einen Riesendiskurs, die SPD-Politiker mit den Gewerkschaften über die sogenannte Kaufprämie, dass wir da gesagt haben, das machen wir nicht. Das muss man führen, diesen Diskurs, auf Augenhöhe, in Hochachtung auch der Leistung. Und insofern ist es zu einfach zu sagen, da gibt es die Überforderung der Natur und deswegen machen wir 180-Grad-Wende. Wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, aber ich gebe Ihnen als Umweltpolitiker natürlich recht. Wir überreizen im Moment diesen Planeten. Sie noch dazu? Ja, wir bräuchten vier Planeten, wie Matthias Misch zu Recht sagt, um diesen Lebensstil, den wir in den Industriestaaten haben, aufrechterhalten können. Im Übrigen zulasten der zukünftigen Generationen, im Übrigen zulasten des globalen Südens. Auch die darf man nicht vergessen, wenn es darum geht, wer die Verursacher sind des Klimawandels und wer die Leidtragenden. Und insofern muss es auch darum gehen, dass wir die Emissionen senken. Da sind wir auch ganz gezielt in der Verantwortung auch Deutschland, Europa, weil wir eben auch einen langen Rucksack an Emissionen schon mit uns rumtragen und diese Emissionsminderung voranbringen können und gleichzeitig aber auch technologischen Fortschritt Innovationen in den Markt bringen können. Und da wäre ich jetzt schon optimistischer, dass es damit auch viele Beschäftigte gibt und geben kann, wenn man es nicht falsch macht und zum Beispiel die Windarbeitsplätze, wichtige Industriearbeitsplätze durch sehenden Auges und politisch gewollt an die Wand fährt. Und wenn man es auch richtig macht, dass man jetzt auch für die Fahrzeugindustrie, für die Mobilität von morgen die Zeichen richtig erkennt, die Rahmenbedingungen setzt und auch ein Management hat, was rechtzeitig in die Zukunft investiert, dann kann man sogar Beschäftigte sichern. Wir wissen, dass die gesamte Energiewende beschäftigungsintensiver ist als die konventionelle. Das hat viele Gründe. Also es entstehen neue Arbeitsplätze, mehr als verloren gehen. Viel mehr als verloren gehen. Die konventionelle Energie hat nicht viele Arbeitsplätze. Die sind ja auch jetzt zum Teil auch jetzt durch den Strukturwandel schon lange weg. Aber jetzt geht es darum, auch die Mobilität von morgen inklusive Zulieferer, inklusive auch Autohersteller, sind durchaus in der Lage, auch beschäftigungsintensiv diese Mobilitätsanforderungen zu erfüllen. Und wenn Sie schon SUV ansprechen, es muss darum gehen, dass wir Mobilitätsdienstleistungen viel, viel stärker in den Vordergrund bringen. Was meinen Sie mit Mobilitätsdienstleistungen? Wir erkennen ja im Moment in der Corona-Krise, dass wir auch Videokonferenzen beispielsweise setzen. Dann wollen wir von A nach B, die individuelle Mobilität muss jederzeit für jeden Menschen auch bezahlbar attraktiv sein. Das heißt aber nicht, dass man sich in ein eigenes Fahrzeug setzt, sondern dass man eine App hat und eingibt, ich möchte jetzt von Berlin nach Hannover, jetzt gibst du mir die Optionen und dann kommen ABC, ich habe die und die Anforderungen an Geld, an Zeit, an Umweltwirkung und das möchte ich erfüllt haben. Und diese Mobilitätsdienstleistung inklusive Digitalisierung, sprich in der Zukunft werden Fahrzeuge on demand auch kommen. Es werden autonom fahrende Busse, auch Shuttlebusse rumfahren, die die Menschen hin und her bringen. Da geht die Zukunft hin. Gerade in der IT entstehen enorm viele Jobs, auch in der Fahrzeugfertigung, aber es verändert sich was. Und wir sind an so einem Punkt, wo man auch früher war, als Kutschenhersteller gesagt haben, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Dass wir dieser Branche auch jetzt deutlich machen müssen, wir sind an einem Wendepunkt und entweder wird es verstanden und auch umgesetzt oder es werden viele, viele Beschäftigte die Zukunft nicht haben. Und das muss man tatsächlich ändern. Die Beschäftigten und ihre Zukunft, wie ist die Sicht der Gewerkschaften darauf? Muss Klimaschutz und Beschäftigung ein Widerspruch sein oder befördert sich das gegenseitig? Und was kann man da jetzt schon tun, um da eventuellen Beschäftigungsrückgängen vorzuwirken? Naja, wir haben als Gewerkschaften da eine klare Position. Also wir haben ein klares Bekenntnis für den Klimaschutz in unseren Positionslagen, der Klimaschutzziele. Wir haben da auch übrigens auch im Internationalen mit unseren Schwestergewerkschaften, zum Beispiel in Europa, auch gute Vereinbarungen, weil wir halt natürlich sehen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sind auch vom Klimawandel betroffen. Also das erwartet unsere Mitgliedschaft übrigens auch von uns. Zwei Dritte der Facharbeiterschaft macht sich große Sorgen aufgrund des Klimawandels. Das muss man an der Stelle auch mal sehen. Also von daher haben wir natürlich auch ein klares Interesse, dass wir den notwendigen Strukturwandeln auch hinbekommen, der hier jetzt ja auch verschiedentlich angesprochen wurde. Aber wir sagen natürlich auch an der Stelle ganz klar, die Gerechtigkeitsfrage stellt sich ja nicht nur global, die stellt sich ja auch hier. Also wenn wir sagen, hier werden jetzt neue Industrien entstehen und da womöglich Arbeitsplätze abgebaut, dann kann man ja nicht einfach so eine Verrechnung machen. Schon allein, wenn wir das mit den Mobilitätsdienstleistungen hören, das sind ja ganz andere Jobprofile, das sind ganz andere Qualifikationsanforderungen. Dieselben Leute, die Autos zusammenschrauben, werden nicht die Computer womöglich programmieren. Das muss einem einfach klar sein an der Stelle. Also von daher stellen sich da natürlich enorme Fragen. Grundsätzlich ist es aber so, wir dürfen uns da auch keine Angst machen. Wir als Gewerkschaften oder auch als Beschäftigte haben enorme Erfahrungen auch mit Transformationen und wir haben hier auch in Deutschland einen Riesenfund, das ist die Mitbestimmung. Wir können uns da einbringen und wir wissen auch, dass zum Beispiel Betriebe, da gibt es Studien, die gut mitbestimmt sind und wo die Beschäftigten gut gewerkschaftlich organisiert sind, mehr für den Klimaschutz tun. Also wir haben da auch Know-how. Also an den Stellen, denke ich, können wir uns viele Fragen stellen und die auch zum Teil beantworten. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei. Wir sind ja auch in Niedersachsen, dass wir gewisse Schlüsse in Industrien auch haben, die hier auch den Wohlstand mit ausmachen. Und wir wollen die Klimaschutzziele nicht durch die Industrialisierung erreichen, sondern wir wollen eine sozial-ökologische Transformation. Und wenn wir da über Automobilindustrie sprechen, da ist mir diese Zuspitzung auf die SUVs, da an der Stelle auch ein bisschen eng. Wir haben 250.000 Beschäftigte in Niedersachsen, die von der Automobilindustrie abhängen. 38 Prozent der industriellen Wertschöpfung in Niedersachsen kommt durch die Automobilindustrie. Das ist ein ganz wichtiger Zweig. Und dass uns da die Transformation gelingt, dass wir dort die Wertschöpfung auch erhalten, das wird eine ganz wesentliche Aufgabe sein. Ich möchte gerne an diesen Punkt aufgreifen. Sie haben ja völlig recht, Sie sagen, das Thema Auto und Niedersachsen ist ja in der Regel nicht, ob man ein SUV fährt oder ein VW fährt, sondern dass man tatsächlich sein Geld damit verdient, direkt oder indirekt in der Autoindustrie beschäftigt zu sein. Nun gibt es diese Förderprämie beim Kauf eines E-Autos, die auch noch mal deutlich aufgestockt worden ist. Es gab ja auch durchaus Leute in Niedersachsen, die hätten sich eher finanzielle Unterstützung für den Kauf oder Neukauf eines Verbrennungsmotors gewünscht. Wie schätzen Sie das ein? Wird das jetzt der große Durchbruch des E-Autos? Und was bedeutet das für Niedersachsen, für die Autoindustrie Niedersachsen, die ja doch relativ stark noch auf den Verbrennungsmotor ausgerichtet ist? Gerne, wer als erster sich das Mikro geschnappt hat hier. Ja, also dazu vielleicht, also wir haben jetzt Deutscher Gewerkschaftsbund in Niedersachsen ja auch einen eigenen Vorschlag vorgelegt, wie man über Kaufanreize, das ist kontrovers diskutiert worden, aber wie man über Kaufanreize schon auch genau das hinbekommt, einerseits die E-Mobilität nach vorne zu bringen, emissionsfreie Autos, andererseits aber auch zur Kenntnis nimmt, dass wir an zwei Stellen da auch noch Probleme haben. Wir haben einerseits die Ladeinfrastruktur, also die Infrastruktur ist noch nicht in dem Umfang vorhanden, dass wir von heute auf morgen jeglichen Individualverkehr auf Elektrofahrzeuge umstellen können. Andererseits haben wir auch die Produktionskapazitäten noch nicht in der Weise, die werden ja erst sukzessive auch gerade aufgebaut. Also von daher haben wir dann einen sehr, wie ich finde, auch sinnvollen Vorschlag gemacht, dass wir gesagt haben, wir können zum Beispiel einen Kaufanreiz setzen für ein E-Auto, was jetzt bestellt wird, später aber erst geliefert wird. Und das überbrücken wir mit einem emissionsarmen Verbrenner in einem Leasingverfahren. Das heißt, wir fördern nicht den Verbrenner mit der Kaufprämie, sondern am Ende steht der Erwerb eines emissionsfreien Fahrzeugs. Und das sind so Mechanismen, über die man da nachdenken muss, um das hinzubekommen, dass man wirklich auch eine Transformation unterstützt und vollzieht. Und da an der Stelle fand ich die öffentliche Debatte auch manchmal ein bisschen zu zugespitzt, weil das ist schon die Aufgabe, die wir haben an der Stelle. Aber ich bin schon der Meinung, dass die Autokonzerne und auch die Manager doch sehr viel frühzeitiger hätten erkennen können, dass der Markt nicht in Verbrennungsmotoren liegt, die zumindest Diesel und Benzin verbrennen. Das Thema ist nicht neu. Ich erinnere mich auch an eine sehr arrogante Reaktion, auch schon eine Weile her, aber dass die deutschen Autokonzerne behaupteten, Elektromobilität, da sind Worte gefallen, die will man jetzt alle gar nicht wiederholen, aber dass das irgendwie nicht die Zukunft sei. Es wurden ausländische Anbieter verlacht, als dann versucht wurde auch gerade, was jetzt auch so, weil wir jetzt ja sehr viel durch die Corona-Krise sehr viele Bestellungen haben, die geliefert werden müssen, die Lieferfahrzeuge, gerade die einen Umkreis haben, auch in Berlin, in allen Ballungszentren, auch auf dem Land, doch nie mehr als 100 Kilometer am Tag fahren, problemlos elektrisch angetrieben werden können, als dann die Deutsche Post sich da irgendwie selber auf den Weg gemacht hat. Das ist ja alles jetzt auch nicht profitabel, aber trotzdem, dieser ganze Markt, der da entsteht, wurde aus meiner Sicht überhaupt nicht richtig erkannt. Und dann jetzt an dem Punkt zu sein, ja, wir sind irgendwie 2023, können wir dann den Leuten, die heute eins kaufen wollen, irgendwas anbieten, halte ich tatsächlich für zurückwärtsgewandt. Und das Thema ist aus meiner Sicht noch immer aus nicht wirklich in ausreichender Art und Weise verstanden worden. Wir sind an einem Tipping Point, wo wir, wenn wir die Pariser Klimaziele umsetzen wollen, der Verkehrssektor 60 Prozent der Emissionen in den nächsten Jahren senken muss. Ich finde es gut, dass die Gewerkschaften sich da einbringen und sagen, wir haben da auch ein Know-how, aber die Probleme, die da jetzt da sind, da erinnert mich die Autoindustrie sehr stark an die Energiewirtschaft von vor 20 Jahren. Dieses trügerische Gefühl der Unangreifbarkeit, dieses Wir machen alles richtig, alle anderen machen es falsch. Und da muss auch, finde ich, da würde ich mir sehr viel mehr Druck auch aus der Gewerkschaftssicht, aus der Beschäftigten-Sicht wünschen, da auch an die Manager zu appellieren, dass wirklich so der letzte Warnschuss da ist, weil sonst geht es so ähnlich wie Kodak oder die Kutschenhersteller vehement irgendwie an der Vergangenheit fest sein, ohne dass tatsächlich die Zukunft richtig angegangen wird. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe, aber ich bin der Meinung, dass es hier auch ein innovatives Management bedarf, die sich dieser Aufgabe auch wirklich bewusst sind, die es da zu bewerkstelligen gilt. Ich habe da so meine Zweifel, dass das alle so richtig durchdrungen haben. Immer noch. Leider. Herr Miersch noch dazu? Ja, das ist auch so ein schönes Beispiel, wie eine ganz komplexe Diskussion immer mit einem Thema verbunden wird. Wir hatten das eben beim Thema Kohleausstieg, wo alles 2038 Ja, Nein guckt, ohne zu sehen, welche Pfade davor eigentlich notwendig sind und jetzt auch beschlossen sind. Wir hatten eben das Thema Wasserstoff. Das ist einfach so und dann geht es. Und Kaufprämie war auch entweder schlecht oder gut. Das Thema Mobilität der Zukunft, glaube ich, ist viel, viel komplexer. Meine persönliche Haltung war, wenn wir richtig staatliches Geld in die Hand nehmen, muss das für Zukunft passieren. Und insofern ist für mich das Thema Mobilität, und wir sagen ja, welche Chancen ergeben sich jetzt für Niedersachsen, das Thema Mobilität der Zukunft ist, glaube ich, hier in einem Bundesland sehr, sehr gut angelegt, was von Automobilindustrie wirklich auch lebt und ich finde auch weiterleben soll, denn die Zukunft wird auch mobil sein, müssen, das sind andere Formen von Fahrzeugtypen möglicherweise, aber wir leben hier auch in einem Flächenland. Das heißt, das, was ich aus der Berliner oder Hannoverischen Szenerie beschreiben kann, gilt 30, 50, 100 Kilometer von hier entfernt, schon lange nicht mehr. Das heißt, wir werden hier in Niedersachsen sowohl die ländlichen Mobilitätsformen denken müssen, wie auch die Ballungsräume. Und dazu wird es dann darum gehen, dass wir jetzt auch, was wir im Konjunkturpaket angelegt haben, nämlich das Thema Ladeinfrastruktur. Das wird nicht von Olaf Scholz auf Bundesebene angeordnet werden können und dann läuft es, sondern wir werden Kommunen, Länder brauchen, die das jetzt vor Ort umsetzen. Dafür sind auch Milliardenbeträge im Konjunkturpaket noch mal extra aufgenommen worden. Und ich hoffe, dass... Realistisch, dass bald jede Tankstelle eine Ladestelle für E-Autos hat? Es muss nicht jede Tankstelle, aber wir müssen eine Infrastruktur schaffen, die es zumindest ermöglicht, in einem Flächenland wie Niedersachsen problemlos Elektrofahrzeuge zu nutzen. Als Vorsitzender des Bezirks der SPD Hannover, der geht von knapp Hamburg, bis in den Harz, muss ich mir überlegen, ob ich mir augenblicklich ein deutsches Fabrikat leisten beziehungsweise... Also nicht von der Monetär, das kann ich als Abgeordneter, aber ob ich das laden kann ausreichend. Noch dazu wohne ich in Laatzen, in einer Mietwohnung und habe keinen Carport. Da fängt es dann schon an. Aber künftig soll es möglich sein, dass man von Harz bis nach Ostfriesland, wo immer man gerade unterwegs ist, das schafft man alles mit einem E-Auto. Ich halte das absolut im individuellen Bereich für möglich. Ich wünsche mir allerdings auch, das ist jetzt leider unter Corona richtig schwierig, aber wir brauchen natürlich auch einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir haben das hier in der Region Hannover durch die Expo erlebt, beispielsweise durch die neuen S-Bahn-Strecken. Wir haben hier hervorragende Beispiele, beispielsweise in der Region Hannover eine Jugendnetzkarte, wo man für 15 Euro als Jugendlicher im Monat frei fahren kann, Busse, Bahnen, U-Bahnen. Und wir sehen, seitdem wir die eingeführt haben von vor zwei Jahren, wir haben einen Nachfrageschub von 85 Prozent. Brauchen wir denn mehr Strecken oder mehr Angebot oder muss es einfach billiger werden? Das Erste ist, dass wir auf alle Fälle erstens von der Tarifstruktur besser werden. Da gibt es auch schöne Beispiele. Das muss nicht alles kostenfrei beziehungsweise gebührenfrei sein. Aber zum Beispiel der Landkreis Hameln-Pyrmont hat jetzt das Tarifsystem völlig umstrukturiert und Sie merken, es zieht an. Aber auch die Verlässlichkeit natürlich. Die Frage von Sicherheit ist im öffentlichen Personennahverkehr auch eine entscheidende. Und dann, glaube ich, gilt es darum, die Technik der Zukunft tatsächlich zu nutzen. Also zu verbinden, öffentlichen Personennahverkehr mit Rufsystemen, dank der Digitalisierung wird das alles punktgenau möglich sein. Wenn man dann noch das Thema autonomes Fahren dazu bekommt und wir denken ja hier in Schritten von bis zu 30 Jahren, wir wollen 2050 treibhausgasneutral sein. Das heißt, da werden wir das System der Zukunft entwickelt haben müssen. Da, glaube ich, ist ganz viel Potenzial. Ich merke, also das war mir natürlich vorher schon klar, aber dieser Abend hat es mir umso deutlicher gemacht, es gibt nicht die Energiewende oder diese eine Maßnahme, die uns voranbringen wird. Es ist ein ganz Bündel von Maßnahmen, die jede einzelne für sich große Chancen und Herausforderungen birgt, aber auch nur im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen wirklich das Ziel erreichen wird, was wir uns wünschen. Ich muss gestehen, an dieser Stelle der Diskussion blutet mir ein bisschen das Herz, denn normalerweise säßen hier jetzt ganz viele Leute, die sich melden würden, die ihre Fragen einbrächten, ihre Erfahrungen, auch ihre persönliche Lebenswelt aus dem Ort in Niedersachsen, wo sie gerade sind und oder aus dem Beruf, in dem sie arbeiten. Das ist momentan noch nicht möglich, hoffentlich bald wieder möglich. Deshalb möchte ich sie gleich in den Abend entlassen, aber nicht ohne eine kleine Schlussrunde hier zu machen. Wir haben über sehr viele verschiedene Maßnahmen gesprochen. Es geht um das Thema, wie bringen wir die Energiewende in Niedersachsen voran. Wenn Sie jetzt persönlich drei Sachen auswählen müssten, wo Sie sagen, okay, also wenn ich jetzt Politiker wäre, das Geld hätte, oder manche sind ja auch Politiker, aber dürfen auch nicht ganz alleine entscheiden. Und was sind so die Maßnahmen, wo man wirklich sagt, da lohnt es sich noch energischer, die voranzutreiben, und das muss man wirklich machen, sonst fahren wir diese Energiewende gegen die Wand. Ja, vielleicht mache ich dann den Beginn. Also wenn ich drei Sachen auswählen darf, die jetzt ganz zentral sind, dann würde ich wählen, Investitionen, Investitionen und Investitionen. Und woran konkret investieren? Also wir haben als DGB, andere auch, viele Vorschläge, jetzt liegen viele Vorschläge für sinnhafte Investitionen auf dem Tisch. Über öffentliche Investitionen können wir übrigens auch gerade sehr gut auf diese Corona-Krise reagieren. Und da spielt natürlich eine Rolle, dass wir jetzt nicht nur die Wirtschaft wiederbeleben, sondern sie auch nachhaltig, zukunftsfähig aufstellen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Verkehrswende ist ein gutes Beispiel. Ausbau von ÖPNV, von Schiene. Wir können in dem Bereich energetische Gebäudesanierung, Energieeffizienz. Es gibt mannigfaltig Lohnswerte, auch gerade für die Energiewende oder auch für Klimaneutralität essentiellen Investitionen hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir uns besser, krisenfester, nachhaltiger aufstellen, gleichzeitig. Aber auch die Energiewende oder auch dann die CO2-Neutralität sicherstellen. Das ist übrigens auch eine Frage von Generationengerechtigkeit. Wenn wir jetzt massiv Geld in die Hand nehmen, um uns nachhaltiger aufzustellen, dann ist das etwas, was dazu beiträgt, dass wir unser Bundesland, letztlich dann auch unseren Planeten, den nachrückenden Generationen in einem anderen, besseren Zustand hinterlassen. Von daher ist jetzt nicht die Zeit zu sagen, wir machen hier schwarze Null und der Gürtel muss eng geschneit werden, sondern wir müssen jetzt tatsächlich in die Zukunft investieren, aus ganz, ganz vielen Gründen. Klimaschutz ist ein ganz wichtiger, aber halt auch die Frage, wie geht es mit unserer Wirtschaft weiter. Wer möchte? Ja, also ich würde ein Thema anschneiden, was wir heute gar nicht angesprochen haben, das ist das Thema Photovoltaik, weil ich glaube, wir dürfen nicht nur auf Wind setzen, sondern das Thema Photovoltaik muss ganz klar ganz nach oben. Ich wünsche mir, dass auf jedem Dach eine Anlage irgendwann ist und dass wir tatsächlich Anreize dafür schaffen. Bei Neubauten könnte ich mir sogar eine Verpflichtung wirklich vorstellen. Das zweite große Thema ist das Thema Verkehr, weil es mit Niedersachsen einfach verbunden ist und ich wünsche mir, dass wir mit den Gewerkschaften zusammen, mit der Automobilindustrie, mit den Zulieferern wirklich die Mobilität der Zukunft hier konzipieren, weil ich mir sehr sicher bin, jenseits von Niedersachsen, jenseits von Deutschland werden die Fahrzeuge gefragt sein, die am effizientesten sind und wir sind Exportnation, Niedersachsen ist Exportland, deswegen müssen wir hier wirklich richtig voranschreiten, einschließlich der Ladeinfrastruktur und das dritte Thema, was wir hier heute auch noch nicht angesprochen haben, ist das Thema Gebäude. Wir werden uns das Thema Wärme uns auch angucken müssen, das heißt auch hier Effizienz und auch hier stelle ich mir vor, dass die Landesregierung mit den Kommunen zusammen das aufgreift, was wir auch im Konjunkturprogramm an Investitionen vorgesehen haben, denn wir müssen auch an die Gebäude ran, das ist ganz entscheidend. Also die Frage war jetzt, was man sich wünscht, was innerhalb der vielen Maßnahmen, die angesprochen oder zum Teil eben auch nicht angesprochen wurden, Ihre drei sind, wo Sie sagen, da muss man wirklich ran, das sind für mich persönlich die wichtigsten. Okay, also das wäre jetzt so eine Art Wunsch, da hätte ich mir jetzt so richtig schöne Sachen ausgedacht. Sie dürfen sich auch richtig schöne, Sie dürfen auch ein bisschen in die Zukunft schauen und sich Dinge wünschen. Also wenn ich mir so eine Wunsch, also wenn ich jetzt so eine Art Wunschfee wäre, ohne dass ich jetzt wirklich in die reale Politik und mir jetzt da reindenken muss, was jetzt morgen die Gewerkschaft, ich, Y und der Politiker machen muss, würde ich mir drei Dinge wünschen. Das eine ist, dass wir sofort schaffen, das Ausbautempo der erneuerbaren Energien zu verdreifachen, Niedersachsen bundesweit, und zwar durch Solarenergie, Windenergie und alle, und zwar das Ausbautempo wirklich verdreifachen. Das zweite wäre, dass von den Fließbändern, die hier in der Fahrzeuge, die hier in Niedersachsen produziert werden, keine fossilen Fahrzeuge immer runtergehen, sondern nur noch Emissions, wirklich echte emissionsfreie Fahrzeuge, elektrische oder auch andere. Und das dritte wäre, dass wir ein Wasserstoffterminal in Wilhelmshaven haben. Heute, morgen, sofort. Ich freue mich, dass wir am Ende unserer Diskussion wieder in Wilhelmshaven gelandet sind, den regionalen Bezug auch nicht verloren haben und dass wir auch mit einem etwas weiteren Blick in die Zukunft geendet sind. Ich glaube, das wurde in dieser Schlussrunde deutlich, dass es leicht ist, zu sagen, Ihr Politiker, macht das mal, EU-Kommissionen, beschließt das und sich dann hinterher darüber zu ärgern, was da beschlossen wurde oder auch zu freuen, was beschlossen wurde oder sich darüber zu ärgern, was nicht beschlossen wurde. Dass deutlich wird, dass es doch auch auf jeden Einzelnen ankommt, der eine Photovoltaik-Auflage, auf Anlage auf seinem Dach installieren kann, der sich entscheiden kann, welches Auto er kauft und ob er sich überhaupt eins kauft oder andere Formen der Mobilität wählt. Ich danke Ihnen allen für die lebhafte Diskussion. Wir könnten Sie noch viele Stunden fortsetzen. Es gäbe noch wahnsinnig viele Themen, aber das machen wir dann irgendwann, wenn wir wirklich wieder in großer Runde mit Publikum, ob online zugeschaltet oder real in einem Raum sitzend, wenn Sie dann alle wieder mit dabei sind, dann diskutieren wir weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Wir haben heute Abend über die Energiewende diskutiert und die Chancen, die sich ergeben, die nächsten Schritte, die in Niedersachsen folgen müssen. Und ich glaube, wir können festhalten, es gibt wirklich Riesenschancen für Niedersachsen, wenn wir hier mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorankommen. Endlich mehr Windräder, aber auch Photovoltaik ausbauen. Und Niedersachsen ist Mobilitätsland. Wir wollen hier die Mobilität der Zukunft denken und auch umsetzen. Insofern richtige Potenziale. Ich finde, jetzt müssen wir anpacken und der Abend heute motiviert mich dafür.